3, 2, 1 Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpost. Ich kann es helfen, euren Stöpsten. Ich grüße euch bei gefühlten 40 Grad. Keine Wanne, um die Füße zu kühlen, aber mit dem vollen Verlangen, wieder alles zu geben. Ja, ich muss sagen, dass man das riecht, ne? Jakob und Dirk. Ja, und wie immer zum Anfang unser Intro. Was haben wir heute im Programm? Wer meint, dass eine Drohne nur fliegt, der irrt. Und zuerst sind einige Hürden zu nehmen. Erfahrungen, zwei Drohnen-Neulinge mit dem Support von DJI. Keiner sieht sie und trotzdem machen sie süchtig. Pornos im Internet. Naja, und wo wir gerade bei dem Thema sind, Kum mit der Ex, was auch immer damit gemeint ist, das weiß nur Jakob. Aber die einen wollen es nicht gesehen haben, die anderen wollen nicht gesehen werden. Also, irgendwie gibt es da schon eine Parallele. Corona macht es möglich. Das Vermummungsverbot in Schulen wird zur Pflicht. Anderthalb Jahre nach dem größten Skandal in der Spiegelgeschichte liefert Juan Moreno den Stoff, den Journalismus veränderte. Tausend Zeilen Lügen heißt sein Buch. Darauf freuen wir uns. Natürlich, ungelogen, auf einen wie immer politisch korrekten und selbstverständlich ohne Cancel Culture Podcast. Hallo Jakob. Hallo Dirk. Ja, heiß, ne? Das sind heiße, nicht nur heiß uns, es sind heiß, wenn die Themen sind. Ich bin ja auf das Porno-Thema gespannt. Ach, du musst. Ich weiß nicht, ob du danach noch glücklich nach Hause fährst. Jawohl, ich glaube, die anderen Themen sind auch nicht viel besser. Nein, nicht unbedingt. Also, das ist schon wirklich interessant. Bei der Suche nach Themen, da stößt man ja teilweise zufällig drauf oder im Folge seiner ganzen Recherchen, kommt man gleich ganz woanders hin. Und plötzlich macht sich da auf einmal ein Thema auf, wo man dann sagt, boah, da ist Zündstoff drin. Also, ich sage mal nicht Trump, sondern da ist wirklich Zündstoff drin. Da ist Zündstoff drin, ja. Ja, und wenn man das mal zu Ende denkt, wie bei dieses Thema Cancel Culture, das wir sicherlich zum Ende vielleicht noch mal mehr intensiver angehen wollen, weil wir haben ja noch andere Themen. Und ich denke mal, um sich so langsam in Rage zu reden, fangen wir erst mal mit vielleicht mit einem seichten Thema ein. Ist das in Ordnung, wenn wir mit dem Buchthema anfangen? Bitte, gerne. Ja, du, ich habe ein Buch gelesen. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe ein Buch gelesen, was mir liebe Freunde, Paul und Monika, zum 60. Geburtstag geschenkt haben. Also, Entschuldigung, warum schaltet ihr alle jetzt ab? Nur, weil ich etwas älter bin, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Gibt den Rentner doch auch eine Chance. Und wir reden auch noch über Pornos. Ja, genau. Deswegen in meinem Alter noch über Pornos zu reden. Ja, deswegen, ich bin kein, ja, ich lese gerne, aber eben mehr, ich bin so ein Nachrichten-Junkie, so ein Story-Junkie, konsumiere das Internet, sauge es auf. Ja, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen Internet-Story-süchtig. Das kann man nicht anders sagen. Dabei fällt dann so die Lust aufs Lesen, fällt dann teilweise hinten runter. So, und jetzt habe ich dieses Buch bekommen. Jetzt musst du ja mal irgendwann mal doch mal wieder anfangen zu lesen. Und dieses Buch hat mich wirklich, also das Buch heißt Tausendzeilen Lügen, das System Relotius und der deutsche Journalismus von Juan Moreno hat mich begeistert. Und jetzt sagen wahrscheinlich viele, was will der denn mit dem alten Kalauer denn jetzt hier? Das war doch mal vor, ach, einem Jahr, anderthalb, zwei. Ach, wir wissen es ja gar nicht mehr so richtig. Das ist ja so eine Sensation, ihr jagt ja die andere. Und dann ist so ein, ja, so ein Betrug eines Hochstaplers innerhalb der Spiegel-Redaktion ist ja im Grunde genommen, ist ja schon eine Bombe. Ja. Und, aber dann ist die geplatzt. Spiegel hat das gemacht, was man machen muss. Man geht in die Offensive und die haben natürlich gesagt, mehr Kulpa, mehr Kulpa, Asche auf unser Haub. Wir werden das, wir werden das selbstverständlich aufarbeiten und wir werden erklären, warum es dazu gekommen ist und was wir falsch gemacht haben. Wir entschuldigen uns bei allen Lesern. Der Nesarelocius hat ja über viele Jahre als Reporter des Spiegels Reportagen und Interviews zum größten Teil aus dem Ausland geliefert. Wie gesagt, sehr bewegend und oftmals mit dem Anstrich des Besonderen. So, und sie wurden auch alle vom Spiegel mit seiner legendären Dokumentationsabteilung, das ist so eine Abteilung von 80 Personen, geprüft und abgenommen. Ja, und dann wurden sie auch noch gedruckt. Ja, und was passiert noch? Der Klaas Relotius, dieser Hochstapler, der wird mit Preisen überhäuft. Der bekommt wirklich die besten Journalistenpreise, wird zum Journalist des Jahres gewählt. Der Küppersbusch hat ihm einen Preis überreicht. Der Thaddeus hat ihm einen Preis überreicht. Also alles aus Funk und Fernsehen war dabei und hat, er hätte jetzt zum Schluss auch nochmal wieder einen Preis, oder hat er sogar. Er hat kurz vor der Entdeckung, eigentlich ist es genau, muss man sagen, es ist vorher schon entdeckt worden, aber keiner wollte es sehen, hat er sogar noch einen großen Preis bekommen. Es ist wieder geehrt worden. Aber was hat der Juan Moreno damit zu tun? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Das habe ich mich auch gefragt, wie kommt der da rein? Er eigentlich zufällig. Juan Moreno ist ein freier Journalist des Spiegels. Das heißt, er hat keinen Vertrag. Also keinen festen Vertrag, keinen festen Arbeitsvertrag. Was letztendlich dann so viel bedeutet, wenn seine Storys nicht mehr gefallen, dann ist er weg. Der Spiegel kann ihn sofort kündigen und nicht mehr beauftragen. Das ist für so einen Spiegeljournalist oder so einen renommierten Journalist, bricht er eine große Geldquelle weg. Denn Journalisten sind nicht unbedingt diejenigen, die zu den Höchstverdienenden gehören, wenn sie nicht wirklich gute Storys bringen. Ja, und jetzt passiert Folgendes. Relutius soll eine Story schreiben. Und der Juan Moreno soll ihn unterstützen. Es geht also darum, die Immigranten in Mexiko zu begleiten. Was bewegt die Immigranten? Warum wollen Mexikaner rüber nach Amerika? Und was passiert auf ihrem Weg, auf ihrer Flucht hin? Wann ist das einzuordnen? Ja, das muss so 2016, 2017, 2017 bis 2017, 2018. Genau so war es, glaube ich. Weil 2018 ist das Ganze, man sieht, wie lange das gedauert hat. Auf der anderen Seite, sagt Relutius, ich fahre auf die andere Seite von Mexiko, also Amerika, und werde dort mal versuchen, eine Organisation aufzutun, die sich als Staatsschutz quasi sieht. Das sind so, Ranger sind das. Ranger ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber sie haben den Anstrich eines Rangers und die patrouillieren die Grenze und schicken dann die Mexikaner wieder zurück, wenn sie jemanden erwischen. So, und die beiden sollten jetzt eine Geschichte darüber machen. Ja, und ich glaube, das, was vielleicht Moreno schon gestört hat, war, dass der Relutius als jüngerer Journalist hier die Verantwortung dafür bekommen hat. Ja, das ist schon, er ist schon etwas älter, er ist gestandener, was ja nicht wesentlicher, aber er ist ein gestandener Journalist, der wirklich sehr gut ist. So, und jetzt kommt einer, der eine Riesenkarriere beim Spiegel macht und der soll auch demnächst befördert werden, auch ein Ressort übernehmen als Chefredakteur. Und das wäre einer seiner letzten Geschichten gewesen. So, und das brachte die beiden zusammen. Schnell hat Moreno erkannt, dass Relutius, der seinen Vorabbeitrag gesendet hat, der hat dann schon mal sehr schnell auf einmal Kontakte knüpfen können zu so einer Organisation, die sonst völlig im Geheimen arbeitet. Ja, du kommst gar nicht dran. Und das ist schon einer der Auffälligkeiten gewesen, wo er gesagt hat, hey, wie schafft der das? Wie kommt der da dran? Der ist da gerade eine Woche rüber. Andere versuchen sich da einzuschleusen, brauchen Monate, wahrscheinlich sogar Jahre, um in solche kleinen Organisationen reinzukommen. Und das ist ein immense Aufwand. Also, dann geht es darum, ob der jetzt Connections hat oder ob das ein großer Bluff ist. Ja, im Grunde genommen, ja, weniger. Es geht erst mal gar nicht um den Bluff selber und auch nicht um die Connection. Es geht erst mal darum, um die Arbeit des Journalisten, die sehr aufwendig ist. Ja, und das schreibt Moreno auch. Ich frage nur nach, weil jetzt aus meinem Verständnis, wenn ich dir zuhöre, geht es jetzt darum, dass ihm das aufgefallen ist, dass er so schnell diese Connections hatte. Genau, so, genau. Das ist das erste Mal. Und dass er auch schon eine Story parat hatte nach kurzer Zeit, dass er mit diesen Leuten unterwegs war. Das war ein Punkt. Der zweite Punkt, also der erste Punkt war natürlich, dass er so schnell Kontakte knüpfen konnte. Der zweite Punkt war eben, dass er auch mit denen rausfahren durfte. Das dritte war, dass der sogar Film, oder nicht Film, dass er sogar Fotos machen durfte oder dass er letztendlich dabei sein sollte, wo sogar auf Migranten geschossen wird. Ja, und das ist ja, und da an dem Punkt hat er irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, das geht nicht. Die schießen nicht so ohne weiter. Das ist zwar das, was wir hören wollen, aber so schnell machen die das nicht. Weil die sind ja bekannt. Und wenn die auf Migranten schießen und da liegt jemand tot im Graben, dann ist der auch sofort, wird der wegen Mordes angeklagt. Ja, dann sind die ja auch nicht mehr im Geheimen, die da arbeiten. Und das ist auch nicht gewünscht. Ja, da würden die sich ins Teufels Küche bringen. Die machen denen vielleicht Angst und sagen, pass mal auf, ihr habt ja nichts zu suchen, geht mal wieder rüber. Wenn es solche Organisationen gibt, die wird es sicherlich irgendwo auch geben, aber die arbeiten absolut im Geheimen und wollen auch nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Die wollen sich nicht feiern lassen, dass sie das tun. Sie glauben, sie sind einfach von ihrer Argumentation überzeugt und von dem, was sie tun. Aber sie wollen nicht in der Öffentlichkeit arbeiten. Aber Relotius hat es schnell geschafft. So, und dann hat er den Relotius gesagt, Relotius, es ist unglaublich, wie du das schaffst. Und Relotius sagte wiederum, Juan Moreno, Herr Mamm, Juan, also deine Arbeit gefällt mir nicht so gut, du musst die ein bisschen aufpeppen. Und das war dann der nächste Knackpunkt. Ah, okay. So, und da hat er dann auf einmal gesagt, was soll ich denn aufpeppen? Ich begleite hier eine Frau mit ihrem Kind, die redet nicht viel darüber. Ich kann dir ein paar Fakten versuchen. Ich kann dir nur Fakten liefern. Aber ich kann dir keine Geschichte liefern, dass sie gerade irgendwo eingesperrt worden ist, dass sie vergewaltigt worden ist oder dass sie dies und jenes erlebt hat. Das haben wir alles nicht. Warum? Ich kann das nicht schreiben, was du gerne möchtest. Ja, du musst es interessanter schreiben. Es gibt sicherlich verschiedene Formen, wie man etwas schreiben kann. Jeder Journalist kennt die Tricks, um eine Geschichte, die relativ trocken ist, dann auch irgendwo lebhaft zu schreiben. Vielleicht nicht Tricks, aber vielleicht Handwerk an der Stelle. Ja, ich glaube auch, Moreno sagt auch Tricks. Genau, auch Tricks. Ah, okay. Also, da kommen wir gleich nochmal dazu. Der Spiegel ist ja bekannt dafür, dass er die Sachen, die er macht, immer in Geschichten anpackt. Das ist Klaus K. auf dem Weg zur Arbeit, wie jeden Morgen. Genau. Und dann kommt eigentlich das Politikum. Richtig, genau. Der Spiegel hat ja so eine ganz besondere Methode auch. Aber der Spiegel weiß auch, wenn ich einen Politiker zur Arbeit begleite und dann ein Interview führe, ist das eine Geschichte. Das wird keine Ahnung, ist nicht spannend. Ja, die wollen schon etwas Spannendes haben. Und so wird es dann auch gezeigt. Also, es wird dann beschrieben, man merkte ihm an, dass er aufgeregt war oder irgendwelche Details an der Person, die gerade vielleicht lässig rein, also ich kann reinschreiben, er kam lässig rein in seinem gewohnten Dress und machte einen sehr vornehmen Eindruck und sehr selbstsicheren Eindruck. Also, ich beschreibe kurz die Person. Ich kann aber auch sagen, ich begrüße Herrn so und so. Oder er kam zur Tür rein. Das ist nicht der Journalismus, den der Spiegel haben will. Das liest auch keiner. Er kam zur Tür rein und wir haben gesprochen. Also wird natürlich etwas über die Person gesagt, etwas über die Person gesprochen und doch dazu auch ein bisschen, vielleicht auch mal etwas beigedichtet, dass es etwas leibhafter ist. Nichtsdestotrotz, aber du sagst es ja gerade schon, nichtsdestotrotz gibt es aber dann, aber auch eine, gibt es eine Abteilung im Spiegel, die überprüft die Arbeit des Journalisten. Hat er zum Beispiel die richtigen Belege dabei. Das heißt, er muss also alles, was er da jetzt gemacht hat, da muss er die Belege einreichen. Wenn er in einem Restaurant irgendwo mit jemandem gegessen hat, dann soll er den Beleg einreichen. Wer hat bezahlt? Und Fotos natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und also all solche kleinen Details, die dazugehören, die Fahrkarte zu dem, möglicherweise zu dem Restaurant dahin, auch das muss da beigelegt werden. Also das sind alles Sachen, die man eben dazufügt. Und dann gucken die, war der auch wirklich da gewesen? Hat der auch wirklich das Interview mit dem geführt? Eventuell rufen die da vielleicht nochmal an und so weiter. Wie fanden sie das Interview? Wenn die dann sagen, ja, das war ganz angenehm dort, dann wissen die, okay, der Journalist hat dort wirklich das Interview geführt. Ja, die brauchen ja eine gewisse Rechtssicherheit. Absolut, absolut. Damit hat der Spiegel ja sogar geworben, viele Jahre. Eben genau mit dieser Dokumentationsabteilung. Die haben gesagt, uns wird das nicht passieren, was mit den Hitler-Tagebüchern passiert ist. Das ist genau das, worauf ich noch hinaus wollte. Das hört sich wirklich nach Hitler-Tagebüchern an. Ja, das ist aber noch etwas anderes. Das ist, ja, das ist keine richtige Parallele, aber so dieses, diesen Hype. Genau. Zu veranstalten halt, ne? Die, aber es gibt eine Parallele dazu. Also die Hitler-Bücher, das war, wie gesagt, das war ja, das waren ja einzelne Bücher, das waren ja einfach ein Buch, war das, oder beziehungsweise die Bücher, die da geschrieben worden sind. Und die sollten ja verkauft werden. Hier ging es ja um viele Stories, ja, die teilweise stattgefunden haben. Es war kein vollständiger Betrug, aber es wurde an der Stellschraube und an der Stellschraube gedreht. Dann wurden Personen umbenannt, dann wurden auf einmal Personen dann wieder dazu gedichtet. Und immer interessant, dass er sich mit Leuten getroffen hat, die, die, die nicht in die Öffentlichkeit gehen. Oder er hat zum Beispiel, er sollte, er sollte den Bürgerkrieg in Syrien, sollte er beschreiben. Das kannst du natürlich sagen, die Leute, den geht schlecht, das wissen wir alle. Ja, sie leben unter den schlimmsten Bedingungen, wissen wir auch alle. Aber er macht das ganz anderes raus. Er schreibt von einem Jungen in Syrien und der ein Graffiti gesprüht hat, das den Herrscher dort, Assad, beleidigt. Und das hat den Assad so wütend gemacht, dass er den Krieg begonnen hat. Ja, das guckst du ganz erstaunt. Also da denkst du ja auch, Leute, ist ein bisschen weit hergeholt. Aber er hat es so geschrieben, dass man also wirklich der Auffassung war, das könnte stimmen. Oder ein, 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 ein Geschwisterpaar, ja, ein Junge, ein Mädchen, die in Syrien unter den bitterlichsten Bedingungen dort gelebt haben und versuchten zu überleben, ihre Eltern tot. Und ja, glaub mal, da war ein unglaublicher Zuspruch hier. Es wurde gespendet und es wurde auch, die sollten adoptiert werden. Aber er hatte für alles wieder auch eine Antwort gehabt. Ja, wir haben uns schon darum gekümmert. Die sind jetzt also bei Adoptiveltern und wir wollen natürlich nicht, dass die gestört werden. Die sollen eine normale Entwicklung nehmen. Wir werden das Geld nehmen für andere Flüchtlinge und so weiter. Das hat er auch gemacht. Das hat auch weitergeleitet, das Geld. Also eine andere Flüchtlingsorganisation. Und, aber er hatte für alle Leute immer eine. Es gab sogar mal einen Punkt, da wäre er bei einer aufgeflogen. Da hat er über eine Frau geschrieben und die hat gesagt, Junge, das ist der größte Blödsinn, den du da schreibst. So geht das nicht. Aber er hat es geschafft, hinterher noch, dass sie sich dafür entschuldigt hatte, dass sie überhaupt Zweifel an seiner Ehre hatte. Und er sagt, das ist ein Versehen. Das ist mit einem anderen Journalisten. Der hatte andere Beiträge von ihm da vermischt und so. Er hat da aber genau drauf geachtet. Er hat viel Ärger gekriegt, der andere. Aber es tut uns ihm sehr leid. Und die Frau war hinterher ganz gerührt und sagte, ja, der Klaas ist anständig. Auch die hat er überzeugt. Also er konnte schon Menschen blenden. Also wo ist das ja, ja, also nicht nur blenden, sondern man ist ja wahrscheinlich auch davon angetan, dass man die Stories gut verkauft bekommt und so ein gutes Pferd im Stall hat. Genau. Dass man da weniger hinterfragt. Richtig. Würdest du ihn, ja, würdest du ihn als Hochstapler bezeichnen? Ja, absolut. Er ist nur ein Hochstapler und kein Journalist. Ja. Denn seine eigentlichen Arbeiten, die waren relativ schlecht. Die haben auch keine Anerkennung gefunden. Man hätte ihn vielleicht als guten Schriftsteller vielleicht sehen können, aber nicht als reinen Journalist. Ein Journalist hat eine ganz klare Vorgabe und hat auch, der muss sich eben an gewisse Dinge halten. Das hat er alles nicht gemacht. Der ist eben genau über diese Grenze gegangen und hat aus dieser Geschichte ein, ja, er hat eine Geschichte rausgemacht. Waren die Geschichten, die er geschrieben hat, stammten ja nur aus Ländern außerhalb Deutschlands, also etwas. Ja, das hat er einen Grund gehabt, denn dass er nur aus dem Ausland berichtet hat, weil dort im Ausland kannst du schlecht prüfen. Prüfen, ne? Und recherchieren, ja genau. Richtig. Du konntest natürlich den Jungen aus Syrien nicht prüfen. Du konntest die beiden Kinder aus Syrien nicht prüfen. Du kannst auch, diese Ranger kannst du nicht prüfen. Aber der hat seine Rechnung ohne Moreno gemacht. Juan Moreno, der war so vernetzt, der hatte da auch natürlich Leute gehabt, die er kannte, wenn er dort drüben war in Amerika. Der hat ja nicht das erste Mal dort gearbeitet, hat er ja mit Journalisten oder mit anderen Fotografen gearbeitet. Und da hat er ihnen das Material vorgestellt, hat er gesagt, guckt euch das mal an, ihr wart doch auch schon da, ihr habt das doch auch schon versucht. Und der hat die richtige Idee, der hat die Identität dieser Leute herausgefunden. Ah, okay. Was glaubst du denn, was sein Beweggrund war, den umzunehmen? Weil, glaubst du, dass das die journalistische Ehre war oder war er da auch in irgendeiner Form eine Kränkung? Ich glaube, da spielen mehrere Sachen. Ich sagte das ja am Anfang schon. Am Anfang war es eine Kränkung gewesen, vielleicht eine Befindlichkeit. Keine Kränkung, eine Befindlichkeit. Weil er jünger war? Genau, weil er ihm vorschreiben wollte, wie der Journalismus funktioniert. Es gibt aber eine ganz andere Geschichte. Du wirst immer dann gefordert, wenn andere dir nicht glauben. Und jetzt kommt die eigentliche, vielleicht der eigentliche Knackpunkt in der ganzen Geschichte, warum Moreno weitergemacht hat. Es gab zwei Chefredakteure dort aus dem Ressort, der eine für die Dokumentation, der andere eben für die Beiträge. und der andere Fichtner, ich weiß nicht, wie der andere jetzt nochmal heißt. Die beiden haben, der eine aus der Dokumentation sagte noch irgendwann mal, ich würde für Klaas meine Hand ins Feuer legen. Und der Fichtner, die beide waren also auf dem Sprung, also auf den nächsten Sprung, auf der Leiter die Karriere hochzugehen. Und Relotius sollte ihnen folgen. Also er sollte quasi einen von den Punkten übernehmen. Und die wären weiter nach oben gekommen. Sie hätten höchsten Wein bekommen. Und die beiden haben es einfach geleugnet, die Fakten zu sehen. Die haben diese Fakten einfach nicht akzeptiert, haben gesagt, hör mal Moreno, du willst hier einen angesehenen Journalisten, willst du hier diskreditieren. Deinen persönlichen Kampf machen wir nicht mit. Und du weißt, was dir droht, wenn du hier weitermachst, was freien Journalisten blüht. Also die klare Aussage, wir werden dich dann kündigen und es wäre auch so gekommen, die hätten ihn gefeuert. Da stand er kurz davor. Das hat der Fichtner auch hinterher mal zugegeben. Wobei er nicht zugeben will, es gibt eine E-Mail, die in dem Buch veröffentlicht wird. Da wird ganz klar gesagt, wer gelogen hat, wer betrogen hat, mit Nachweisen, mit allem drum und dran. Und da sagt der Moreno, hey, hör mal Fichtner, also ich gebe noch mal eine Chance. Ich gucke doch noch mal drauf. Er sagt immer, ich bin der Lügner. Das lässt sich doch nicht mehr leugnen. Alle anderen, die es gelesen haben, die haben gesagt, oh Gott, was passiert da? Die Bombe wird bald platzen. Es ist auch sogar schon gleich vom BBC, ist da eine Journalistin gekommen, die ist da auch drauf aufmerksam geworden und die wollte darüber berichten. Moreno konnte die hinhalten. Und das hat aber der Fichtner schon falsch verstanden, so nach dem Motto, du willst uns jetzt unter Druck setzen. Das hat er auch noch irgendwie anders interpretiert. Und im Grunde genommen haben zwei den Klaas Relotius den Rücken freigehalten und gedeckt, weil sie selber Begehrlichkeiten hatten. Und jetzt kommt das, wo wir alle vielleicht ein bisschen auch vor einem Hochstapler oder bei einem Hochstapler reinfallen würden. Wir tragen alle Wünsche in uns. Der eine möchte Ehre, der andere möchte Erfolg, der andere möchte Karriere haben, der andere möchte ein großes Boot haben, der andere ein schönes Haus haben. Das können materielle Dinge sein, das können aber auch immaterielle Dinge sein. Aber Ehre und Erfolg und Ruhm ist immer einer der Dinge, die wir gerne annehmen. Und die beiden haben natürlich von dem Ruhm gerade als Spiegel-Redakteure, Chefredakteure, die nächste Stufe zu nehmen, geträumt. Und dabei haben die alles ausgeblendet, was normalerweise bei einem sachlichen Betrachtungsweise nicht passiert wäre. Relotius hat genau die Dinge in uns geweckt, die wir wollten. Und jetzt kommt man natürlich zu der Frage auch, ist denn, wer ist denn eigentlich schuld dann an der ganzen Geschichte? Hat der Spiegel nicht richtig aufgepasst? Klar, hat er nicht. Die Fehler sind handwerklich. es wurde nicht richtig überprüft, die haben sich reinlegen lassen. Hätte das anderen passieren können? Ich glaube ja, es hätte auch anderen passieren können. Aber was auch ist, es wird natürlich jetzt gesagt, auch der Spiegel hat sich ja selbst an den Pranger gestellt, blieb ihm ja auch nichts anders übrig, dass das ein Hochstapler ist und dass sie darauf reingefallen sind. Und das ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Das ist mir zu dünn. Also da sind schon mehrere dran beteiligt. Da sind selbst wir als Leser dran beteiligt. Weil wir wir wünschen uns Storys, die spektakulär sind. Wir gehen nicht, also sachliche Berichte. Ja, da distanziere ich mich von. Da bin ich nicht. Du jetzt nicht. Bin ich nicht bei. Ja, aber du kannst ja sagen, dass das für dich kein Thema ist. Für mich kann dein Beitrag sehr sachlich sein. Aber schau dir mal, der Großteil der Menschen und das ist auch psychologisch erwiesen, wollen, gucken eher nach schlechten Nachrichten als nach guten Nachrichten. Sie müssen spektakulär sein. Eine gute Nachricht, es wird in der Regel nicht wahrgenommen, außer vielleicht gerade, dass dein Heimatverein Deutscher Meister wird. Aber dann ist da eine kleine Zeile nur. da haben wir uns mal drüber unterhalten, dass das sich mittlerweile verselbstständigt hat, dass gute Nachrichten keine Nachrichten mehr sind. Und dass das sich sehr verselbstständigt hat. Ich bin an einem ganz anderen Punkt gerade. Also ich frage mich gerade, was hat das für eine Auswirkung auf den Journalismus insgesamt? Was bedeutet das, wenn ich den Spiegel lese? Für mich war der Spiegel immer das Blatt, Strauß-Affäre damals und so weiter und so fort. Was die aufgeklärt hatten, das war ja immer belegt, das hatte Hand und Fuß. Und als ich das erst mal fand, ich hatte das jetzt unabhängig von dem, von dem, man hatte ich noch nie was gehört. Ich hatte einiges über die Affäre gehört. Aber was ich nicht gehört hatte, war halt, dass er das aufgeklärt hatte. Das war, was hat das für Auswirkungen jetzt auf den Spiegel und auf den Journalismus? Ja, ich würde das eher auf, ja, ich kann beide Fragen beantworten, sowohl was den Spiegel betrifft, als auch auf den Journalismus. Um nochmal ganz, ich will aber nochmal anknüpfen an dem, was wir gerade noch gesagt haben. Es ist schon so, dass das einmal die Storys, die Journalisten selber Storys bringen müssen, wenn die nicht spektakulär sind, dann werden die nicht bezahlt und die Journalisten werden und arbeiten unter den härtesten Bedingungen. Sie haben sich zwar den Job selber ausgesucht, aber das ist kein Zuckerschlecken. Und du kommst da nur weiter, wenn du gute Storys bringst. Und gute Storys findest du gar nicht mehr. Wir gehen nicht einfach raus und sagen, der Spiegel ist ja einer, der schon wirklich auch tiefer geht. Der geht woanders hin, da wo andere nicht hingehen. Das macht ihn ja gerade aus. Aber du gehst nicht einfach los und sagst, jetzt habe ich eine Story, das kann sein, dass du sechs Monate recherchierst und am Ende des Tages gehst du leer aus und hast außer Spesen nichts gehabt. Dann bist du aber fürs halbe oder fürs ganzes Jahr hast du keinen Verdienst. Und da ist natürlich auch klar, das was, nicht nur der Spiegel, das was Zeitschriften von ihren Journalisten fordern. Und da fängt das an. Nicht nur vom Leser. Der Leser will was natürlich haben. Der möchte was Spektakuläres haben. Und der möchte es gut lesbar haben. Die Redakteure oder beziehungsweise die Verleger, die wollen natürlich höhere Auftragszahlen haben, mehr Leser. Das geht nur, wenn die Geschichte brutal gut ist. Das ist klar. Nur dann geht es. Und wenn du das beides nicht hast, dann wirst du als Zeitung ganz schnell runtergehen. Aber was tut sich denn jetzt? Um das zu erzeugen. Und jetzt kommen wir nämlich jetzt, diesen Bogen muss ich jetzt eben schlagen. Hat der Spiegel was ganz Interessantes gemacht. Und das hat der schon unter Augstein eingeführt. Es gibt immer zwei Verantwortliche für ein Ressort. Kannst du raten, aus welchem Grund? Kontrolle. Oder gegenseitig Kontrolle. Eine Geschichte, aber es geht noch um viel mehr. Da kommt man eigentlich nicht drauf. Aber es ist so niederträchtig. Die sollen sich gegenseitig bekriegen. Das ist gewünscht. Das war eine klare Aufforderung, Neid und Hass und Missgunst im Spiegel zu fördern, um bessere Artikel zu bekommen. Einer soll besser sein als der andere. Das muss man, das ist krank. Das ist krank. Und das war einer der ganz großen Dinge, die der Spiegel gefördert hat. Und das schon seit vielen Jahrzehnten. Wenn ich das wiederum höre, dann finde ich ja nur, dann wird es ja noch schlimmer. Aber wie gesagt, davon, das hat der Spiegel auch zugegeben, dass sie das gemacht haben. Das werden die also erst mal in der Struktur ändern. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich lese Artikel und die Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich irgendeinen Artikel lese, wem nützt der? Welche Absichten? Was für Ohrenmodell? Was soll gesagt werden? Ist es eine Selbstauskunft in den Spiegel? Ist es wirklich eine Sachinformation? Was soll passieren? Dann finde ich, dass der Spiegel mittlerweile oder viele andere journalistische Formate mit Twitter und Kurznachrichtendienste in Konkurrenz treten. Und ich finde, da passiert etwas, was nicht gut ist für den Journalismus. Es wird nicht mehr episch breit, irgendwas analysiert, dargestellt, Kleinigkeiten, Meinungen gegeneinander gestellt und so weiter. Sondern es wird viel, viel mehr, werden so kurze Plots rausgehauen. Und ich glaube, das ist gerade das, was das befördert, was du gerade gesagt hast, dass immer mehr oder immer heftige Historias gesucht werden, gefunden, die dann am Schluss vielleicht auch gar nicht stimmen, weil die gar nicht mehr in der Breite recherchiert werden. Genau. Und das finde ich, das macht den Journalismus kaputt an der Stelle. Richtig. Die Zeit ist nicht vorhanden, das Geld ist nicht vorhanden und du musst in relativ kurzer Zeit, musst du ganz, ganz hervorragende Sachen bringen und das ist das, was, warum ich sage, alleine den Relotius hier als den Betrüger nur als die Ursache zu sehen, ich finde, er ist eigentlich, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Ich würde es jetzt auch jemand einschmuggeln können. Wobei, das würde ich mir nicht, an der Stelle würde ich das nicht so einfach sehen, weil ich glaube, dass das auch schon jemand ist, der sich da positioniert hat mit schlechten Artikeln, wie du das eben sagtest oder nicht, so hervorstach, dass der da auch, dass das in seiner Psyche begründet ist, ein ganz großes Stück. Das sagt er von sich selber aus. Er sagt, er selber ist krank. Das mag sein, dass er krank ist. Ich weiß nicht, ob Hochstapler grundsätzlich krank sind. Er bezeichnet sich jedenfalls als krank. Und ich finde, da macht er sich das auch wieder zu leicht. Jetzt will er sich dafür entschuldigen, dass es eine Krankheit ist, die ihn da ausfällt. Aber ich weiß nicht, ob Hochstapler krank sind. Ich weiß auch nicht, ob ein Einbrecher krank ist. Dann müsstest du jeden Kriminellen unter den Krankheitsmodus stellen. Dann würden die meisten ja eher in der Psychiatrie landen. Aber da will er ja auch nicht hin. Er wird sich ja nicht behandeln lassen. Jede psychische Erkrankung ist ein Konstrukt insofern, was von Menschen geschaffen ist. Und die Frage an der Stelle ist ja auch, ist er wirklich ein Hochstapler oder ist er aus eigenen Zwängen? Vielleicht, was du eben sagtest, Ruhmehre, keine Ahnung, was er empfunden hat, dass er zu wenig Beachtung fand. Oder hat er auch finanzielle Sorgen oder Aufstiegssorgen oder sonst was, dass er sich irgendwann mal was gewünscht hat? Wie Moreno sagtest, als freier Journalist, die stehen ja auch unter einem wahnsinnigen Druck, auch in der nächsten Woche nochmal die Familie ernähren zu können. Ja, das mag sein. Das kann bei ihm gut, also das ist, das entzieht sich auch. Das wird in dem Buch jetzt nicht gesagt. Ja, das ist jetzt Spekulation. Der Moreno hat natürlich auch permanent wieder gefragt, wie kann jemand so etwas tun, so etwas machen? Aber er selber ist kein Psychologe und er kann auch nur das sehen, was handwerklich gemacht ist und wo er sein Fehlverhalten gezeigt hat und mit welcher hohen kriminellen Energie er dann das gemacht hat und wie er sich immer wieder aus den misslichen Lagen herausgewunden hat, der sagt, der ist absolut brillant, also Hochstapler zu sein, da ist er absolut brillant. Der kann Menschen belügen und das ist vielleicht eine notorische Sucht oder es ist irgendwann aber auch ein Hamsterrad. Du weißt ja, wenn du einmal anfängst zu lügen, ist es eine Kette und da kommst du aus diesem Ganzen nicht mehr raus. Aber er hätte irgendwann mal abspringen können. Er hat gesagt, das ist mein letzter Bericht und ich höre auf. Wenn aber jemand erzählt, dass ein Junge was an die Wand sprüht, also ich habe eben gedacht, was für eine Gangster-Geschichte, dass das in Amerika so sein kann, gerade auch vor dem Hintergrund von Trump, dass da irgendwelche Leute sich hinstellen und tatsächlich auch andere erschießen, sagen, waren eh nichts wert. Das kann ich mir so, und das ist bitter, mittlerweile vorstellen, dass sowas passiert. Was ich mir weniger vorstellen kann, als wirklich, dass ein Junge was an die Wand sprüht und Assad beginnt den Krieg. Und das ist schon der erste, er beginnt den Krieg. Und das ist schon, da hätte die Dokumentationsabteilung schon eigentlich laut Hallo schreien müssen, keiner weiß, wann der Krieg begonnen hat. Ein Krieg hat nicht, es wurden von heute auf morgen Waffen. Da standen nicht zwei Parteien gegenüber und der erste hat einen Schuss. Das gab es gar nicht. Es gab so einen schleichenden Prozess. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen was und dann war da mal was und dort mal was. Das hat sich so langsam, bis es überhaupt Krieg genannt worden ist, verging eine ganz lange Zeit. Aber allein das war schon faktisch nicht mehr, also war nicht nachvollziehbar. Ja, also wo man wirklich ansetzen muss, ist wirklich, er hat jetzt, er wird ja jetzt, ja, seine ganzen Norbeeren verloren haben und so weiter. Was ich wesentlich interessanter finde, ist jetzt wirklich zu schauen, wie geht der Spiegel damit um? Wie kann er sich die Reputation wieder erarbeiten? Und was mir auffällt, den Stern mit den Hitler-Tagebüchern, das war ja für den Stern eine Riesenkatastrophe. Richtig, genau. Das war 83. Ja. Mir ist das immer noch in Erinnerung. Stern verbinde ich immer mit Hitler-Tagebüchern und da ist ein Knacks passiert, dass ich gedacht habe, wenn ich heute noch den Stern in die Hand nehme, denke ich immer noch, Hitler-Tagebücher, da gehe ich also ganz anders an diese Zeitschrift ran, wenn ich da was lese, den finde ich eh nicht so berauschend. Aber was passiert jetzt mit dem Spiegel? Der Spiegel kämpft ja genauso wie alle anderen um sein Problem der Auflagen. Die Menschen wollen ja immer mehr online produzieren, also wollen online konsumieren, nicht produzieren, konsumieren. Es ist ja interessant, der Klaas Relotius ist bei den meisten gar nicht mehr auf den Schirm. Frag mal auf der Straße oder frag mal einem anderen Menschen, auch im Bekanntenkreis, der Relotius, der hat sich aber da einen gewissen, kenne ich nicht. Kennst du den Moreno? Nee, kenne ich auch nicht. Wer soll das sein? Die wissen das, die meisten wissen gar nicht mehr, das ist so einfach weggewischt worden und der Spiegel hat ja, der Spiegel wollte das eigentlich nicht. Aber am Ende des Tages mussten sie dann schon Farbe bekennen und die haben gesagt, okay, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus, wir müssen in die Offensive gehen und die haben einen Abschlussbericht geschrieben. Ja, und da haben die die Dinge offengelegt, die passiert sind. Nur eine wirkliche Veränderung, wir sind, als Leser sag ich, wir sind betrogen worden. Ich lese heute einen Bericht ganz anders. Aber ich habe den Spiegelbericht, ich hatte schon häufig gesagt, vielleicht in einer unserer Sendung habe ich schon gesagt, der Spiegeljournalist muss, geht mittlerweile gerade online, häufig auch in dem Boulevard Journalismus rüber. Der ist genauso Effekthascherei und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das alles so stimmt. Und wenn du mal schaust, da gibt es immer so Anmerkungen da drin, dass die ihre Beiträge wieder neu beschreiben müssen. Aber lass uns mal ins Reframing gehen. Ist es wirklich, dass wir betrogen worden sind oder hat es uns jetzt vielleicht auch ein Stück weit mit dem pädagogischen Zeigefinger geholfen, dass wir jetzt vielleicht auch anders an Artikel rangehen? Ja, also in erster Linie sind wir natürlich betrogen worden, weil wir die Geschichten geglaubt haben. Und das ist schon nicht schön. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, die betrogen worden sind, die da spüren, dass sie betrogen worden sind, haben jetzt das Problem, wem kann ich dem noch glauben, wenn ich dem Spiegel schon nicht mehr glauben kann? Dann zerbricht auch was, fällt was weg. Ja, dann gibt es vielleicht noch die Süddeutsche Zeitung, aber dann hast du es aber auch irgendwo vielleicht. Ich habe seit drei Monaten ein Abo. Ja, aber die schreiben natürlich ganz anders, aber wir wissen nicht. Ja, aber es ist immer so gewesen, weil das ist auch immer eine Sache der Wahrnehmung. Wenn ich etwas wahrnehme oder etwas darstelle, mache ich das ja auch immer aus meinem Blickwinkel. Das heißt aber doch nicht, dass das dein Blickwinkel oder mein Blickwinkel und das dann per se, ist das dann gelogen oder ist das die Unwahrheit gesagt? Dann kann man das in der Form der Meinungsbildung. Ich glaube, ja. Ja gut, da bist du aber, das ist jetzt wieder, aber das ist der eigentliche normale Journalismus, dass der uns, das ist der Journalismus, der ist auch nicht, der ist nicht schön, wenn wir manipuliert werden, aber gut, da muss man eben mehrere Medien lesen und schauen, was kann davon sein. Genau, das wäre das Optimum. Da haben wir die Möglichkeit, die Vielfalt zu nutzen. Ich meine, wenn du Nachrichten schaust, du hast ja immer eine Auswahl dessen, was andere für wichtig empfinden, wobei du eventuell ganz andere Themen hättest, die dich vielleicht brennender interessieren würden, als das, was gerade passiert. Genau, wenn ich hier ein, wenn ich ein Thema habe, was mich interessiert und das wir auch hier vorstellen, dann lese ich immer dieses Thema auch in anderen Zeitungen auch. Also ich lese immer noch mehrere Gegendarstellungen, um zu schauen und dann bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich so stimmt oder nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass der Juan Moreno alles so richtig geschrieben hat, was er dort erlebt hat. Ja, auch das ist da sehr viel Befindlichkeiten vielleicht auch drin. Aber nichtsdestotrotz, er hatte Mumm gehabt, denn er hat ja die Unwahrheit aufgedeckt, die Lüge, und hat dabei sogar seine eigene Karriere, er hätte ja irgendwann Schluss machen können, sagen können, mach ihn weiter, ist mir egal, interessiert mich nicht. Der ist so beliebt, der war aber wirklich bei allen beliebt, der Relotius. Besser, wenn er dann Chefredakteur, dann soll das werden, ist mir auch egal. Aber der hat schon gemerkt bei der Recherche, als er gesagt hat, oh Gott, wenn der mein Chefredakteur wird, wenn der mein Chef wird, dann muss ich nur noch so schreiben, dann muss ich lügen, ständig lügen. Und das wollte er nicht. Das ist so das, was ich an dem Mann sehr imposant finde, dass der, wenn das der Beweggrund war, oder einer der Hauptbeweggründe, dann hat er dem Spiegel sehr genutzt. Genau. Im Nachhinein. Ja, natürlich. Auch wenn das beim Spiegel nicht alle sehen wollen, die kommen ja nicht gut dabei weg. Der eine sagt, lässt Beschmutzer. Aber nichtsdestotrotz, wir können jetzt sagen, es ist, es ist ein, es sollte eigentlich im Grunde genommen ein Einblick mehr in die Welt des Journalismus geben heute. Und deswegen ist dieses Buch ein für mich absoluter Tipp, auch wenn ich schon viel erzählte aber darüber. Aber ich finde das absolut lesenswert. Ja, und du hast eigentlich, denke ich, auch ganz viel wiedergegeben von Dingen, die eigentlich bekannt waren, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Also ich glaube, dass du dem Leser auch nicht jetzt irgendwas schon vorweggenommen hast. Also heute, die Jugend wird sagen, gespoilert. Nein, nein, aber es ist auch schön geschrieben, es ist gut geschrieben. Ich kann es nur empfehlen, denn es lässt sich leicht lesen. Es ist keine harte Kost und es ist auch nicht etwas, was man weglegt und sagt, boah, da schlafe ich gleich nach zwei Seiten ein. Also wenn ich schon sage, ich konnte das Buch eigentlich kaum aus der Hand legen, es war, ich war schon wieder gespannt darauf, was er jetzt wieder erlebt, was er jetzt wieder entdeckt, das hat er gut gemacht. Er hat sehr schön geschrieben. Manchmal ist auch die Chronologie, selbst wenn es bekannt ist, nochmal sehr spannend. Genau. Und das Schöne ist, dafür ist er als Journalist des Jahres gewählt worden. Und diesmal hat es den richtigen hoffentlich getroffen. Genau. Okay, dann machen wir direkt mal mit Journalismus weiter, denn ich habe ein Thema, das ist mir wirklich mehr oder minder in den Schoß gefallen. Ich hatte einen Podcast gehört und da wurde über den Cum-Ex-Skandal gesprochen. Und mich hat das wirklich, also selten, dass mich sowas so zur Weißglut getrieben hat. Und ich kann dir noch nicht mal sagen, vielleicht kannst du mich gleich noch ein bisschen unterstützen oder mir helfen, was das ist, was mich da so antriggert. Okay, Cum-Ex ist halt, dass ganz viele Banken und Finanzdienstleister Aktiendienst gemacht haben. Die haben dann einmal nur, man muss halt eine Kapitalsteuer bezahlen und die haben sie sich wohl mehrfach erstatten lassen. Das nennt sich Cum. Das war nämlich, Cum heißt mit einer Dividende, die noch zusätzlich ausgeschüttet worden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Ex halt ohne Dividende. Also, ich bezahle Steuern, lasse mir die wieder auszahlen und aber nicht einmal, sondern mehrfach so. Und man kann wirklich davon sprechen, dass der Staat ausgeraubt worden ist, denn es, das was man weiß, was man jetzt durch Steuererzähler oder was auch immer, durch Recherchen, da hat im Übrigen der Journalismus verdammt gute Arbeit geleistet. Der musste aber auch nichts beidichten, denn das war schon, das war schon eine Räuberpistole schlechthin. Das waren jetzt 10 Milliarden Euro, so das, was man jetzt weiß, was, ja, Und wer hat wieder seine Finger im Spiel? Die Deutsche Bank? War die nicht auch daran beteiligt? Ich weiß es nicht, wer alles beteiligt, es waren, es ist schon heftig, wer alles beteiligt war. Worum es mir jetzt aber geht, das ist jetzt weitergehend. Damals, als dieser Skandal auftauchte, sagten die, die Journalisten arbeiten rund um die Uhr und versuchen das einzuordnen, zu analysieren, Datensätze zu sehen und so weiter, weil die Angst groß ist, von dem, was an Datenlage vorherrschend ist, werden die so lange brauchen, dass eventuell das Ganze verjährt ist, bevor man irgendjemanden vor den Kali ziehen kann. Das war die große Befürchtung. Ich habe immer gedacht, da ist so eine Art Verschleppungstendenz im Gange. Man will auch gar nicht, dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Das war ein Gefühl, was ich hatte, wenn man schon mal so Nachrichtenlagen gehört hat und da mal ein Auge drauf hatte. Jetzt passiert Folgendes. Nun überlegte man im Bundestag, und zwar im Zusammenhang mit der Corona-Gesetzgebung, dass zwar, wie es befürchtet worden ist, dass das Ganze jetzt verjährt oder auch teilweise verjährt ist, aber die wollten jetzt nicht die Leute mit dem Geld davon kommen lassen und wollten ein Gesetz entwickeln, was ich total klasse finde, das sagt, okay, ihr könnt persönlich nicht mehr belangt werden, aber das Geld hätten wir gerne wieder. Also die Steuerschuld sollte wieder beglichen werden oder auch das zu viel gezahlte. Und das fand ich mehr als richtig im Sinne der Corona-Ausgaben, die wir jetzt haben, hat jeder seinen Beitrag zu leisten und wenn man sich das ergaunert hat, muss das zurückgezahlt werden. Punkt, Ausschluss. Jetzt ist man hingegangen und hat ein Gesetz und zwar ist das, soweit ich das richtig weiß, das Gesetz mit dem Paragrafen 135a, das Steuerschuld jetzt nicht verjährt. Im ganzen Corona-Gedöns ist das verabschiedet worden und jetzt hat, was ich nicht wusste, bei der ganzen Gesetzgebung, das geht ja mal in Lesungen, dann wird das verabschiedet, dann geht es durch den Bundesrat und muss dann unterschrieben werden. Dann muss ich sogar vom Bundespräsidenten das Gesetz unterschrieben. Und dann wird das ja in dem Gesetzesblatt veröffentlicht und erst dann ist es ja wirksam, wenn das, meine ich, die Abfolge ist. Wusstest du, dass das Finanzministerium Gesetze unterschieben kann? Die haben ein Artikel untergeschoben und zwar lautet der Artikel, wenn ich das richtig gelesen habe, Artikel 97, Paragraf 34 und die sagten, ja, das stimmt jetzt mit dem Gesetz, aber es zählt erst ab dem 1. Juli 2020. Alles, was davor ist, wird nicht belangt. Das heißt, die ganzen Steuersünder, die mit Cum-Ex zu tun hatten, die sind rausgefallen. Das existiert nicht. Also hat das Finanzministerium mal eben einen Paragrafen eingeflochten, der das, was eine super Absicht war, wo die Leute die ganze Zeit sich die Köpfe heiß geredet haben, null und nichtig. Im Nachgang haben die denen die Beine weggetreten. Aber was war denn, war das denn, also das Ministerium hat versucht und es solle die, nach deiner Auffassung, war das die Intention gewesen? Was die Intention ist, kann ich nicht sagen. Das ist jetzt eine Hypothese. Aber ja, du vermutest ja, ich wollte gerade sagen, du vermutest ja, das ist eine Hypothese, dass genau dieser Paragraf dazu geführt hat. An dem Punkt finde ich, genau das, warum ich das so sauer mache. Jetzt ist die Frage, welche Beweggründe könnte ein Finanzministerium haben, einen solchen Paragrafen unterzuschieben? Also ich hätte da meinen, ich weiß nicht, ob es aus dieser Intention passiert, aber erst mal, wenn man, man muss ja unterscheiden zwischen einem Zivilrecht, zwischen Strafrecht und natürlich Steuerrecht, natürlich auch, da gibt es verschiedene Rechte, gibt es ja, die da belangt werden. Also Strafrecht ist ja nicht, also wenn von einer Steuerschuld gesprochen wird, heißt es ja nicht, dass das Strafrecht gleich reinkommt. Nur dann, wenn ein offensichtlicher Betrug vorhanden ist und das wird ja geprüft und das sagst du ja, ist ja schwierig. Also kann man, eine Steuerschuld muss nicht verjähren, aber die, nach dem Strafrecht kann die schuldhafte Handlung, die bewusste vorsätzliche Handlung kann verjähren. Also da muss man unterscheiden. Das Steuerrecht selber sagt, ja, wir können dich zwar nicht, wir können dich zwar nicht ins Gefängnis bringen, aber du musst die Schulden zahlen. Ja, weil es zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht ging, weil es auch verjährte. Richtig, genau. Und es ist ja immer, Verjährung tritt ja immer erst dann ein, wenn man bewusst erfährt, dass man einen Anspruch hat. Ja. Also wenn eine Tat 2015 passiert ist, ich erfahre aber erst heute davon, dass diese Tat dort zu einem Nachteil eines anderen geführt hat, kannst du davon ausgehen, dass die Verjährung erst dann auch in dem Jahr der Erkennung eintritt und nicht gleich am Anfang, sondern erst, also wenn du 2020 erkannt hast, fängt die Verjährung in 2021 an. Und in der Regel sind das zum Beispiel in Zwierrecht drei Jahre. Aber, jetzt ein Punkt, an der Stelle gebe ich dir vollkommen recht, aber normalerweise geht ja das Gesetz dann durch den Bundesrat und so weiter und irgendwann landen ja auch beim Verfassungsgericht die Gesetze. Genau. So. Wenn sie, ja gut, aber nur dann, wenn sie aber auch, das Verfassungsgericht wird ja nicht gleich tätig, wenn ein Gesetz erstellt wird, hat das ja normalerweise, muss es ja verabschiedet werden. Und ein Ministerium, das ein Gesetz irgendwo einführt, macht das in seinen Gremien, aber letztendlich muss es ja geprüft werden, ob dieses Gesetz überhaupt durch, das muss nicht immer im Bundestag reingebracht werden, das kann dann über verschiedene Institutionen erfolgen, aber ein Gesetz kannst du nicht. Aber es hat nur eine Schmeckle. Ja, nur, was mich, ich frage mich, die Motivlage ist klar, wenn ich damit mich selber freisprechen kann, also wenn jemand in dem Ministerium selber dabei ist oder eine hohe Persönlichkeit, die Einfluss drauf nehmen kann und sagt, ich will das jetzt, weil sonst andere Persönlichkeiten erwähnt. Das ist ja die Motivation wahrscheinlich, die dahinter steckt. Nur der Staatsanwalt, der Staatsanwalt, der da ermittelt, der weiß das doch. Der hat aber keine Handhabe gehabt, weil das Gesetz ja nicht durch war. Aber der macht es publik. Und dann kommen andere wieder zu sagen, wir haben ein Veto. Bis dahin war es ja verjährt. Der Staatsanwalt konnte ja gar nichts mehr machen im Grunde. Das Gesetz hat das jetzt im Nachhinein gerechtfertigt, aber es war ja noch nicht durch. Also konnte ein Staatsanwalt ja schon gar nicht mehr agieren, weil die Verjährung ist. Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber ein Gesetz legalisiert nicht die strafbare Handlung. Die nicht. Nein. Die können vielleicht, also wenn es nur im Steuerrecht hinterlegt ist, dann kann das höchstens dazu führen, dass sie vielleicht ihr Geld nicht mehr bezahlen müssen. Aber im Strafrecht können die dann verknackt werden dafür. Dann können die zehn Jahre in den Bau gehen. Ja. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man da betrachten muss. Ja. Aber ich gehe jetzt noch ein Stück weiter. Macht natürlich das Strafrecht. Und das Finanzwesen will natürlich, dass die Kohle haben. Ja. Deswegen, du kennst ja diese ganzen Steuerfahnder, die mit den CDs durch die Gegend gelaufen sind. Da ist auf der einen Seite der Staatsanwalt und auf der anderen Seite eben das Finanzamt. Ja. Trotzdem frage ich mich, warum ist das nicht offentlich diskutiert und debattiert worden und wurde eine Riesensauerei, wenn es so wäre. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist also durch verschiedenste Zeitungen gegangen. Also Süddeutsche, die Zeit und so weiter. Und das ist wirklich so passiert. So, und jetzt, also meine Hypothesen sind, es geht, wie du ein Stück weit gesagt hast, um Gesetzestreue. Wir haben einen Tatbestand, der ist verjährt. Und dann kommt das Finanzministerium, jetzt sind wir sehr wohlwollend und sagen, so geht das nicht. Wir müssen uns an Recht, jeder ist vom Gesetz gleich und wenn das verjährt ist, es ist verjährt und dann kommen wir nicht in den Nachhinein. Also haben wir unsere Gesetzestreue, das ist noch nie so gelaufen. Also auch wenn es noch so doof gelaufen ist für uns, aber die sind raus. Gut, da muss man eben in der neuen, neuen Wahlperiode, Legislaturperiode, muss man hingehen und muss das Gesetz wieder rausnehmen. Ob dann wieder derjenige davon betroffen ist oder nicht. Also es wird schon sehr, also das wird spannend werden. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, liegen, wie du eben auch schon gesagt hast, liegen Machenschaften vor und wie sind diese verankert? Das wäre natürlich die super spannende Frage und das letzte war, was mir noch eingefallen ist, dass das so dumme Bürokraten sind, dass denen das gar nicht, dass sie irgendwie eine Eingebung gefolgt haben, gesinnt und haben das dann so veranlasst. Ja, aber du siehst das ja bei Wirecard, das ist ja nichts anderes. Da wird immer irgendwo ein Schlupfloch gefunden, da sind ganz geniale, dunkle Machenschaften, muss man einfach sagen, die sind genial, da sind kluge Köpfe dran, die merken was, dass wir hier ein bisschen Geld abzapfen können. Der Staat ist ja, was das betrifft, manchmal sehr naiv und wenn man von Bankenaufsicht redet, wissen wir ja mittlerweile auch, dass Bankenaufsicht nicht unbedingt heißt, ja gut, es heißt eben Bankenaufsicht, aber was ist eine Bank und wenn Wirecard keine Bank ist? Die Barfäden nach dieser großen Finanzkrise hingegangen hat, dann waren plötzlich Versicherungen, waren dann Geldinstitute und weil es eine Versicherung ist im Namen, durften wir die wieder nicht kontrollieren, also konnten sie genauso die gleichen Geschäfte weiterführen, wie sie vorher als gegen die Menschlichkeit und Humanität, wenn man auf Dürre wetten kann oder dass der Ölpreis sich steigert, wenn ich einen riesen Tanker auf ihn abfahren lasse. All das, das war ja, ist ja gesagt worden, das geht gar nicht, das ist so ähnlich wie mit dem Fleischskandal, wen interessiert das noch in einer Woche? Dann wird es genauso weiterlaufen und jetzt kommt aber, jetzt habe ich noch eins, was noch, was noch ganz spannend ist, das muss ich aber, um da jetzt keinen Fehler zu machen, muss ich das ein Stück Quart vorlesen. Es gibt verschiedene Zeitungen, die haben jetzt noch was ganz besonders gemacht und zwar nicht zum Corona-Gesetz, sondern das war am 4.12.2019 hat Arne Semsrott, sagt dir Semsrott was? Nico Semsrott, der Kabarettist, der im Europaparlament der Bruder ist das, der hat geschrieben, Hintertür im E-Auto-Gesetz, das Bundesministerium muss der Öffentlichkeit eigentlich Auskunft dazu geben, wie es mit Skandalen wie Cum-Ex umgeht. Mit einer Gesetzesänderung durch die Hintertür hat es sich jetzt aber eine Ausnahme schaffen lassen, wohlgemerkt. 2.12.2019 harmlos mutet der Name einer neuen Regelung an, die der Bundestag nach einem Entwurf des Finanzministeriums, wieder ein Entwurf des Finanzministeriums, Mitte November beschlossen hat. Das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften soll Steuervergünstigungen für E-Mobilität bringen. Doch es versteckt sie noch ein weiteres Vorhaben in den Paragrafen. Das Finanzministerium hat sich nebenbei einer lästigen Transparenzpflicht entledigt. Im Absatz 21a Finanzverwaltungsgesetz regelt die Sitzungen zwischen Bundes- und Landesfinanzbehörden. Darin hat das Finanzministerium zwei neue Sätze eingeführt. Die Vertraulichkeit der Sitzungen ist zu wahren, wenn nicht im Einzelfall einstimmig etwas anderes beschlossen würde. Für Beratung in schriftlichen Verfahren gilt entsprechendes. Was unscheinbar daherkommt, hat konkrete Auswirkungen. Die neue Regelung führt dazu, dass das Finanzverwaltungsgesetz als Spezialgebiet zum Informationsfreiheitsgesetz gilt. Es gibt also künftig eine Bereichsausnahme für Beratungen von Finanzbehörden. Sie sind vom IFG ausgenommen. Dokumente aus den Sitzungen können nicht mehr angefragt werden. Ja, dann ist auch keine Transparenz mehr da. Das ist klar. Und es gibt keine andere Und das Transparenzgesetz war genau das, was ganz viele NGOs und so weiter genutzt haben. Und gerade, was weiß ich, Netzpolitik, die haben sich einen Sport draus gemacht. Immer wenn was versucht wurde zu vertuschen, waren die dran. Und die haben da in dem Artikel, ich lese vielleicht den nächsten Satz noch, damit kam das Finanzministerium künftig eine etwa Besprechung in der Länderfinanzbehörden zu Milliarden Skandalen wie Cum-Ex Geheimhalten. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, und wieder ist man konsterniert, wenn man das hört und wenn das stimmt, dann fragt man sich, warum ist das in unserem Staat möglich? Das ist auf einer Ebene mit dem Dieselskandal zu sehen. Wenn du deine Steuern nicht zahlst, ich habe, ähm, mein Steuerberater hat mal gesagt, dass ich für die Schule, wenn ich alles das einreichen, meinte, du hast sie nicht alle wortwörtlich, was ich zusätzlich im Jahr ausgebe, ne, also Klassenfahrten teilweise aus eigener Tasche und was alles, die Kinder haben keine Stifte, können sich nicht leisten, die sind ausgestattet, weil wir immer einen Vorrat haben, den zahlen wir, ne, Übernachtung, wenn wir Fortbildung haben, Fahrkosten dahin, das sind doch alles Sachen, die, wenn man Arbeitnehmer in einem gleichwertigen Unternehmen ist, da kriegst du ein gutes Hotel, du kriegst von der Deutschen Bundesbahn die Karte zugeschickt, erster Klasse und so weiter und so fort, so, dann musste ich, weil ich der Klasse ein Frühstück ausgegeben habe oder mit denen gekocht habe und das meiste überhaupt nicht eingereicht hatte, von dem, was da, musste ich da hin und musste Rechenschaften für Gitarrenseiten, die ich wirklich nur in der Schule stehen hatte und wirklich nur für den Unterricht und die wollten mir diese Seiten, die wollten mit mir in Diskussion treten, weil ich diese Seiten genutzt, gekauft habe und eingereicht habe, weil ich gedacht habe, wer will einem Lehrer denn schon glauben? Ja. Vor allem nicht das Finanzamt. Aber was, genau, aber was ich da sagen will, ich fahre da hin wegen paar Gitarrenseiten, hätte ich eher gewusst, worum es geht, hätte ich gesagt, ey, Typ streicht die, ist mir doch egal. Ich möchte nur, und das ist jetzt das, warum ich das eingereicht habe, weil ich mit, als ehrlicher Haut, möchte ich eine gewisse Gerechtigkeit. So, wenn ich das einreiche, ist das gerecht, weil ich das wirklich bezahlt habe und dann möchte ich nicht sehen, dass Milliarden von Euro einfach so? Ja, das passiert leider viel zu häufig. Ja, und da ist was schief. Und wir klagen uns darüber, dass wir zu hohe Steuern zahlen und auf der anderen Seite werden die Milliarden da rausgepulvert. Und das ist schon etwas, was wir uns alle immer wieder fragen und ich meine, da kommst du ja, dann wird das wieder ein Podcast, da geht über zehn Stunden und dann fangen wir an, dass es natürlich Wutbürger gibt, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen und sagen auch, warum Wutbürger auch in der Mittelschicht auftreten. Wo wir da differenzieren müssen, da gibt es Leute, die wollen den Staat kaputt machen und haben das nur als truanisches Pferd, was sie benutzen und reiten, bis es kaputt ist. Deswegen sage ich ja, die anderen, die manipulieren die, die genau die Wut haben. Und das ist ja, die wissen ja ganz genau, dass diese Wut da ist. Du musst sie ja nur wecken. Und wenn du genau das sagst, was du jetzt gerade sagst, dann wenn das jetzt tausend Lehrer hören würden, die würden sagen, genau das habe ich auch jeden Tag und ich musste mich auch streiten mit dem Finanzamt. Und genau jetzt bin ich sauer auf die. Jetzt ist mal wenigstens einer, der das gesagt hat und mir geht es genauso. So, und die nächste Partei, die ich wähle, wird dann eine andere Partei sein, als die, die dauernd die Steuern verpulvern. Das ist doch das, was in unseren Köpfen dann vorgeht. Und ich möchte ganz gerne und darum erwähne ich das. Ich weiß, dass es mit Sicherheit auch vielleicht irgendwelche Leute gibt, die das hören und denken, oh, jetzt habe ich aber erst recht einen Grund, die Blauen zu wählen oder so. Nee, mir geht es darum, dass wir uns wieder auf die eigentlichen Themen konzentrieren. Und nicht auf irgendwelche Nebengeplänkel. Naja, ich glaube, als erstes will man natürlich Gerechtigkeit erfahren und man möchte einen funktionierenden Staat haben. Der Staat erwartet von uns, wie du schon sagtest, das ist ja deine Aussage, dass ich pünktlich meine Steuern bezahle, die korrekt auch abrechne und nichts unterstelle oder unterwerfe. Was ich damit meine ist, ich möchte mich nicht mit Impfgegnern oder sonstigen Themen betrinken, sondern die mal, dass sie nicht immer in den Medien sind und vorne an und 17.000 demonstrieren Berlin und sind nicht geschützt und gefährden andere. Da möchte ich gerne, dass das bestraft wird, dass sie sowas machen und feiern. Das möchte ich nicht. Das ist die Medienauswahl. Wir sitzen wieder und vom Fernseher und springen über Stöckchen, was da uns geboten, hingehalten wird und der Finanzskandal läuft im Hintergrund und wird über ein Elektro-Emmobilitätsgesetz Ja, das ist das trojanische Pferd, was du gerade angeschaut hast. Das ist das trojanische Pferd. Das hatten wir ja schon mal gehabt. Da waren nur fünf Leute im Bundestag und dann wurde ein Gesetz verabschiedet. Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft wurde gemerkt. Ja, genau. Und da hat man nur gesehen, oh, da ist mal gerade ein Gesetz verabschiedet worden, das sehr wichtig war. Aber jetzt hatten wir es auf einmal und das war geplant. Ja, das war genau so geplant war das. Ja, und so kann man es machen. Und dann sind wir am Ende der Ecken. Aber wir haben ja Möglichkeiten. Dann schieß mal los. Ja, da kommen wir schon fast zu dem nächsten Thema. Das ist ja eine tolle Überleitung, ist das ja. Und zwar hatten wir ja, oder hatte ich es kurz angedeutet, den Begriff Cancel Culture. Ich weiß nicht, die meisten wissen wahrscheinlich nicht. Erklär mal. Ja, genau. Die meisten, ich habe auch erst mal gedacht, was ist das denn? Cancel Culture? Also das, gut, das ist ein angersächsischer Begriff, aber was hat der, wir wissen ja immer, dass manchmal ganz was anderes damit gemeint ist. Kultur, etc. was heißt das damit? Und, also ich habe bei Wikipedia immer nachgeschaut, ich bin auf diesen Begriff auch in Sachen meiner Buchrecherche dazu gekommen und dann sehe ich auf einmal diesen Begriff Cancel Culture und habe ich mal bei Wikipedia geguckt und das sagt folgendes, mit Cancel Culture wird ein systematischer Boykott von Personen und Organisationen bezeichnet, denen beleidigende oder diskriminierende Aussagen beziehungsweise Handlungen vorgeworfen werden. Also das typische Beispiel ist ein Kabarettist oder, nehmen wir einen Politiker, ein Politiker trifft eine Aussage, die gesellschaftlich nicht konform ist, eine Entrüstung entsteht und danach, ja, zieht der Politiker sich vom Amt zurück. Wir haben das mal vor kurzem im Fernsehen erlebt, dass der, 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 der Chefredakteur vom, vom, vom ZDF oder der leitende Intendant, nicht Redakteur, der leitende Intendant sich entschuldigen musste bei einer Vielzahl von Frauen, weil es gab, es wurde eine Aussage getroffen, eine satirische Aussage getroffen, die, ja, möglicherweise Menschen beleidigt haben könnte, Frauen oder ältere Menschen beleidigt haben könnte. Ein satirischer, also eine Satire war das. Die wurde aber dann nicht so angenommen und da gab es eine große Entrüstung und hinterher wurde der, hat man sich dafür entschuldigt. Also man hat sich öffentlich entschuldigt, der Beitrag wurde hinterher auch wieder rausgenommen, war auch nicht mehr verfügbar. Das heißt, wenn wir der Auffassung sind, dass eine nicht korrekte oder eine politisch korrekte Aussage getroffen wird, die möglicherweise unsere Befindlichkeiten trifft, dann haben wir die Macht heutzutage über das Internet, über unsere Beschwerdemöglichkeiten, Druck auszuüben und damit also auch zu verhindern, dass solche Aussagen getroffen werden. Ja, aber das ist doch kein schlechtes Instrument, das ist doch eigentlich ganz schön. Also wenn irgend so ein blöder Politiker dann meint, er müsste mit erhobener Hand den Hitlergruß zeigen und gleichzeitig noch irgendwelche Parolen von sich geben, dann würde ich auch aufschreien und sage, ja mal, nix da, das ist aber so für mich ganz klar Cancel Culture, also mein Freund, da kriegst du aber jetzt einen Shitstorm und dann bist du aber erstmal weg. Vielleicht tut er das dann auch. Und dann sind wir alle glücklich, weil wir gesagt haben, wow, wir haben uns mit unserer Power, haben wir was erreicht. Wenn ich aber dann sehe, dass ein Dieter Nuhr, ich bin kein Freund von Dieter Nuhr, gebe ich zu, er schießt manchmal über das Ziel hinaus, trifft manchmal auch Aussagen, die mir nicht gefallen, auch häufig auch Aussagen, die menschendiskriminierend sind, und zumindest hören sie sich so an, aber es ist Satire. Und diese Satire ist etwas, wo wir nicht darüber bestimmen können, ob sie politisch korrekt ist oder nicht. Entweder wir verstehen es oder wir verstehen es nicht. Klar können wir sagen, wir sind nicht einverstanden, Daumen runter, Daumen hoch, wir können liken. Fanden wir lustig, fanden wir nicht lustig. Aber dann einen dermaßenen Druck über Politik etc. auszuüben und dann zu sagen, mein lieber Freund, du darfst nicht mehr beim ZDF oder ARD auftreten, wir wollen von dir nichts mehr hören. Und auch da wurde der Beitrag hinterher wieder zurückgezogen. Das sind dann wieder Sachen, wo ich sage, okay, haben wir es hier mit eventuell mit einer gesellschaftlichen Zensur zu tun? Jetzt bist du dran. Was meinst du? Ich finde die Diskussion nicht wert, geführt zu werden. Also alle Welt regt sich gerade auf, dass die Hasskultur blüht im Internet. Viele Dinge dürfen gesagt werden oder werden gesagt. Und wenn Attila Hildmann stellt sich dahin, Reichsbürger ruft zum bewaffneten Kampf auf, da passiert nichts. Da frage ich mich, sind das nicht die Sachen, wo der schon längst hätte im Knast sitzen müssen, verurteilt werden? Wie viele Menschen sind umgebracht worden, haben gelitten? Und er stellt sich dahin, weil er ein kleines Würstchen hat, der Veganer, und weil er nicht genug Anerkennung, stellt sich dahin und lässt solche Sachen raus. Dann finde ich diese Diskussion, ein kleines veganes Würstchen, um das mal so zu sagen. So. Und dann frage ich mich, ist das wirklich eine Debatte, die wir gerade führen müssen? Denn jetzt musst du das mal umgekehrt sehen. Schau dir einen Trump an, schau dir einen Erdogan an und schau sie dir an, hätten, haben die Leute in den Ländern auch diese Kraft und die andere Meinung sind, sich hinzustellen und dagegen zu agitieren? Und dann frage ich mich, das ist doch ein Luxus, den wir gerade haben. Und dann ist es halt die Sache, wie gehen die Leute damit um? Und nicht ist das, wenn Dieter nur sich auf eine Bühne stellt und sagt Unwahrheiten über den Klimawandel und stellt das so dar, als wäre das, als hätte Oma Erna falsch zugehört und straft Wissenschaftler Lügen, finde ich, hat er die öffentlich-rechtlichen Gelder nicht verdient. Auch von einem Satiriker verlange ich, dass der sich mit dem Thema beschäftigt und nicht jeden Stoß auf der Bühne sagt. Denn dann sind wir wieder bei dem Spiegel, der dann auch recherchiert und auch Unwahrheiten sagt und das dann als große Meinung, denn er geht ja nur noch hin und sagt das, was eine Mehrheit von dumpfen Leuten hören möchte. Er fahre doch weiter dein SUV. Und dann frage ich mich, warum macht Dieter nur das? Ich habe den Nelchen, jetzt kommt es. Ich mag den eigentlich super gerne. Ich habe zweimal den live gesehen schon. Weil ich fand ihn politisch auch richtig gut lange Zeit. Und ich frage mich, was ist mit dem Mann, wo ist der schief abgebogen? Und ist es genau das, wenn Donald Trump, glaubst du, dass der hingeht, wenn jemand eine andere Äußerung, dass der das durchgehen lässt und sagt, Meinungsfreiheit? Und da will ich jetzt genau rein. Und das sind meine Bauchschmerzen bei dem Thema. Wir wissen, unser Grundgesetz hat wirklich wirklich eine Säule. Und diese besondere Säule, die wir geschützt haben möchten als Gesellschaft, und das ist uns viele Jahrzehnte auch hart erarbeitet und auch teilweise noch irgendwann gelungen, ist das die Säule der Meinungsfreiheit. So, genau die sehe ich jetzt gerade und deswegen ist mir dieses Thema schon wichtig. Und etwas wichtiger, als du es vielleicht so siehst, weil es andere Dinge gibt. Aber ich frage mich, unabhängig, ob es ein Dieter Nuhr, das ist ja nur ein Rand, Ja, ja, das ist nur ein Beispiel. Wenn ein guter Politiker eine polarisierende Aussage trifft, die aber notwendig ist, um das zu tun, um das zu machen, und der darf seine Meinung nicht mehr sagen, weil wir als Gesellschaft, sorry, weil wir als Gesellschaft sagen, das ist nicht politisch correctness. Wer bestimmt das? Und ich frage mich, müssen wir meinen, wo fängt Meinungsfreiheit an, wo hört sie auf und müssen wir nicht mehr ertragen, auch manchmal auch die Meinung der anderen ertragen? Müssen wir ertragen, dass jemand im Bundestag sagt, dass man auf Frauen und Kinder schießt, an den Grenzen? Das will ich nicht. Ah, aber das ist ja das Problem an der Sache, weil es ist ja, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Genau. Und wo ist, und das ist ein Diskurs, und die eine Seite bricht aus, die andere Seite bricht aus, die Frage ist nur, wer lässt es auch mit sich machen an der Stelle und warum? Und es geht nicht darum, dass wir noch mehr Gesetze und für mich ist das ein Stück weit so, dieses fiese Wort von links versifft, jetzt geißeln sich die Linken selber, ja, wir müssen ja jetzt ein Stück weit dem Ganzen widersprechen an der Stelle. Das sehe ich nicht. Ich finde, das ist ein Thema, was, das ist so, so lästig wie ein Kopf. Ja, ich finde, also Empörung, gerade bei dem Thema, wo du sagst, darf jemand sagen, dass man auch auf Kinder schießen kann. Ich finde, der outet sich eigentlich schon von alleine mit so einer Aussage und ich glaube, der wird auch keine politische Reputation mehr haben und damit ist eigentlich schon sein Aus vorprogrammiert. Der muss gar nicht mehr viele Aussagen treffen. Nein, aber es sitzt immer ja noch, ich wollte jetzt nicht ein Bashing machen, aber die sitzen ja immer noch im Bundestag und können immer noch diese Scheißmeinung äußern. Ja, aber sie sind ja, du darfst jetzt nicht zwei, ich glaube, du darfst jetzt nicht zwei Dinge miteinander verquicken. Erstmal geht es um die grundsätzliche Aussage. Ja. Die grundsätzliche Aussage. Dürfen wir als Gesellschaft die Meinungsfreiheit dermaßen einschränken? Tun wir uns nicht, wie schaden wir uns nicht selber damit, wenn wir bei jedem kleiner, bei jeder kleinen Aussage anfangen, mittlerweile ins Internet etwas reinzuballern und jemanden diffamieren, weil er eine Meinung hat. Die kann gut oder schlecht sein. Ich bin da bei dir. Einzelne Meinung, wäre ich der Erste, der mitschreibt. Ja, aber ich will es auch nicht, würde es auch künftig tun, wenn mir das nicht gefällt. Nur wir als Gesellschaft haben wir ein Instrument. Das will ich sagen. Als Gesellschaft haben wir ein Instrument. aber meine Sorge ist, wie ist die eine Seite der Gesellschaft kommt ja auch auf das, auf diese Partei, die du ansprichst. Das ist ja auch ein Teil der Gesellschaft. Wenn die dieses Schwert viel schärfer nutzt, als das, wie wir es nutzen, weil wir eher ein demokratisches Verständnis haben, ein liberales Verständnis haben, dann müssten wir auf der einen Seite den ja genauso dann sagen, okay, du darfst dieses Schwert genauso schlagen, wie ich es vielleicht schlagen kann. Das ist doch deren Job. Deswegen sage ich, das ist eine eher sehr hypothetische Diskussion, eine sehr hypothetische Diskussion. Aber ich, das ist auch eine Sache, die man wahrscheinlich für eine große Runde oder sowas mal haben muss, um da viele Meinungen zusammen zu bekommen. Und dabei denke ich nur, da muss man, das ist für mich ein ganz gefährlicher Begriff, oder nicht, der Begriff ist gefährlich, eher das, was daraus entstehen kann. Wenn wir etwas Gutes, möglicherweise Gutes, moralisch Gutes, was wir als moralisch gut empfinden, muss man natürlich immer sagen, aber auf der anderen Seite es missbrauchen, als ein Schwert dessen, das aber auch die Falschen treffen könnte. Wer missbraucht das denn? Und wer hat die Macht? Wir alle, die komplette Gesellschaft. Das ist mir zu, das ist aber, das passiert ja. Alle Ausländer sind schuld, alle Ausländer klauen alle, das ist mir zu, das ist mir zu weitläufig. Ich weiß da nicht, wer da alles schreibt, das weiß ich nicht. Ich schreibe zum Beispiel, wenn mir was nicht, haue ich in die Tasten und schreibe das. Aber es geht darum, um manchmal Dinge loszuwerden. Aber ich will ja zum Beispiel, ich nenne mal ein konkretes Beispiel, was jetzt, vielleicht ein bisschen davon, da ist ein Typ, den habe ich super gerne gesehen. Und der macht so ein Foto, YouTuber ist das. So, macht total tolle Sachen. Jetzt stellt er eine Kamera, hat eine nagelneue Kamera, die 8.000 Euro oder was kostet und hat eine von 5.000, die aber jetzt nicht mehr wertschätzt und nimmt die und schmeißt die durch den Raum, dass sie niederknallt. Und ich habe gesagt, schreibe ich ihm, schreibe ich ihn nicht, aber ich fand das für mich, weil ich den wertgeschätzt habe und das, was er an Mühe und Arbeit und was ich von ihm gelernt habe, wollte ich ihm meine Wertschätzung gegenüber bringen und sagen, dass ich das für das, was Leute verdienen, dass er da den totalen Bezug verloren hat und nur um sich zu profilieren oder was auch immer ihn da bewogen hat, fand ich das kacke. Also schreibe ich ihm. Du kannst dir nicht vorstellen, mit den drei Zahlen, wo ich gesagt habe, das fand, so ähnlich wie ich es jetzt gesagt habe, dass ich das nicht korrekt fand und dass ich es schade fand. Auch, ich denke an meine Friseurin, die gerade 800 Euro verdient oder so. So, ich habe einen Shitstorm bekommen, dass ich dachte, ich muss meinen Namen im Internet ändern. Ja, aber dann ist es dir doch klar passiert. Ja, und, aber ich habe doch meine Meinung, aber deswegen gehe ich ja nicht hin, ich habe ihn deabonniert, weil ich ihn nicht sehen will, aber ich gehe ja nicht hin und diffamiere ihn weiter und will, dass er nicht mehr sendet. Nein, es geht ja um die Menschen, die davon getroffen werden. Was wäre denn jetzt gewesen, wenn jemand dich dermaßen angegriffen hätte, dass du möglicherweise auch beruflich plötzlich Probleme bekommen hättest? Das meine ich damit. Ja, aber wer wird denn so getroffen? Aber es gibt doch ganz viele, die davon getroffen worden sind in Vergangenheit. aber nur ist doch immer noch auf der Bühne. Das ist ja, nein. Als Beispiel. Nein, das meine ich gar nicht. Es gibt viele Menschen, die sind zurückgetreten aus ihren Ämtern, aus ihren Jobs und so weiter. Die wurden einfach weggemacht, weil eben. Ja, und warum? Ja, gut, jetzt könnte man anfangen, jetzt müsste ich dir eine Liste geben, welche Leute das waren. Ja, es ist, es passiert jeden Tag. Das will ich damit sagen. Ja, es gibt doch jeden Tag Leute, die ihren Job scheiße machen und trotzdem gehen müssen. oder nicht gehen müssen. Ja, gut, das ist natürlich auch so. Aber ich denke, bevor wir das Thema jetzt, ich sag mal so, ja, polarisierend jetzt, also jetzt hier möglicherweise diskutieren, ähm, ich denke, wir sollten da einen Schlussstrich ziehen. Auf der einen Seite, ich stelle fest, du hast also im Grunde genommen weniger Probleme damit, dass diese Geschichte also vielleicht irgendwo bedrohlich sein könnte. Ich sehe die Gefahr nicht, weil ich glaube, das ist eine vorübergehende Erscheinung, dass Leute sich empören und ich habe das mit einer Wellenbewegung, sehe ich das und ich finde das gar nicht schlecht, dass Leute sich beschweren. Das ist genau wie viele nach rechts tendieren und, ne, und sagen so, man darf ja hier gar nichts mehr sagen. So, das ist ja ein Kampfbegriff, der aus einer gewissen Zeit kommt. Immer sind das Anleihen an ganz alte Zeiten. Und ich glaube, dass wir genau an der Stelle uns anbiedern und das finde ich so gefährlich. Ja, Jakob, ich habe erwartet, dass du so reagieren würdest. Ich finde das Thema ganz schrecklich, ganz schrecklich. Aber dass ich dich so hart damit getroffen habe, mit dem Thema. Du hast mich da nicht hart getroffen. Ich finde nur, dass ich das wirklich für eine Lappalie, wenn nicht sogar eine Farce finde, dieses Thema und nicht wert betrachtet zu werden. Also jetzt nicht, weil du das eingebracht hast, sondern weil ich glaube, dass das... Ich unterlege hier gerade eine Zensur, merke ich. Ja, das ist so. Also, wir sollten uns das nochmal überdenken hier, das Ganze. Nee, ich glaube, dass das wirklich... Ich werde das besser erstmal mit dir abstimmen. Wenn die Leute wirklich jetzt auch, was weiß ich, wie kann das zum Beispiel sein? Das war nämlich auch ein Thema, dass die sagten hier, Council Culture, dass jetzt in Berlin sollen irgendwelche Namen umgeändert werden. Da hängen Straßen, Council Culture. dann frage ich mich, wenn jemand wirklich Südwestafrika oder sonst was Leute in den Tod getrieben hat, warum hat derjenige mit seinem Namen noch an irgendeiner Kreuzung was zu suchen? Warum, wenn man sich darüber aufregt und sagt, und jetzt erst bewusst wird oder viele darunter gelitten haben und jetzt darauf aufmerksam machen und dann zu sagen, ja, Council Culture, das wird jetzt weggemacht, das hat ja auch immer da gehangen. Das ist so, das ist, wo ich ein Problem mit habe. Also du möchtest wirklich, also wenn ich dich richtig verstanden habe, du sagst, die Menschen sollen weiterhin ihre Meinung auch so in dieser, also auch so äußern, ihre Empörung auch äußern und auch damit ein Ergebnis erzielen, sodass also auch wirklich dann was passiert und es passiert zu wenig. Die Gesellschaft hat also etwas jetzt im Instrument und das soll sie weiterhin nutzen. Egal, ich sag mal jetzt, jetzt kommt meine Geschmäckle mit rein, weil ich bin ja auf deiner Seite. Wir sind ja nicht weit auseinander. Nur, wie gesagt, du mit dem Unterschied, mir ist egal, wer dann den Bach runter geht. Ich sage, darf das jeder einfach so machen, wie er möchte. Oder dürfen wir das? Da ist meine Sorge. Ich habe Sorge, dass auch andere dieses Mittel nutzen, die uns nicht moralisch vielleicht so nahestehend sind. Für mich war das. Obwohl ich mich nicht als oberste Moralinstanz hier sehe. Für mich ist dieses, die Verallgemeinerung stört mich daran. Das ist ja ein Begriff. Die Gesellschaft, das ist nicht Gesellschaft und ich glaube, dass wir vielmehr wieder zu dem Diskurs kommen müssen und der Diskurs heißt, der Diskurs heißt halt, wir tauschen uns aus. Wir tauschen uns häufig und das ist vielleicht das, ich habe in irgendeinem Podcast gehört, den Begriff, den ich liebe, das ist passiv-aggressiv. Wir halten dem anderen immer nur noch was vor und wenn es Begriffe oder wieder neue Geflogenheiten oder neue Ideen sind, also jetzt in dem Fall, also Ideen von Diskriminierung oder sonst was, das ist da und da müssen wir uns drüber unterhalten. Wir müssen in den Diskurs kommen, weil wir uns viel, viel mehr mit Scheingefechten beschäftigen und ich finde, das ist ein Scheingefecht. Wenn wir jetzt sagen, konkret, er hat sich entschuldigt für das, hier der Intendant, meine Oma fährt einen Hühnerstall Motorrad, so, da war ja ganz viel vorher gelaufen und das findet alles keine Betrachtung, es wird nur noch eine Momentaufnahme genommen, der Typ muss sich entschuldigen oder, und das hat er erstanden in einem ganz anderen Kontext, das Ganze und ich finde, das wird zu wenig betrachtet, weil wir uns nicht mehr die Zeit nehmen, sondern immer nur noch Cancel Culture, geht gar nicht, aber diese Einzelbetrachtung, deswegen sagte ich, wer denn und lass uns das beleuchten und wer ist derjenige, der im Internet was in die Tasten haut? Deswegen habe ich das Beispiel gebracht, ich möchte nicht, dass der Mann seinen Job verliert, er soll weiter, ich fand den ja nicht doof, ich fand die Handlung doof und ich glaube, das muss man wieder unterscheiden, nicht mal im Bauschumbogen die Leute zu verurteilen, sondern zu schauen, was sind die Handlungen, die verurteilenswert sind. Die Tonur finde ich als Typen, wie ich den früher erlebt habe, toll, was mich nur traurig macht, also jetzt nicht nur, dass ich sauer bin oder sonst was, sondern wo ist der falsch abgebogen? Was hat ihn dazu bewogen, so wenig zu recherchieren oder zumindest so Plattitüden auf der Bühne abzugeben? So, das ist so, also immer ein bisschen mehr wieder dahinter schauen, genau wie mit dem, das deckt sich jetzt alles, das ist wie mit dem Spiegelartikel. Wir kriegen so häppchenweise dahingeworfen und reagieren, überreagieren teilweise, aber wir haben nicht mehr das Gefühl, oder ich habe nicht mehr das, nee nicht wir, sondern ich habe nicht mehr das Gefühl, dass wir uns konkret und genügend mit den Dingen, mit den Fakten beschäftigen. Mein Schlusswort. Ja, das war jetzt auch notwendig, denn sonst kommen wir nämlich nicht zu den interessanten Themen, zu den wirklich interessanten Themen. Das interessiert mich jetzt. Vom Kump mit seiner Ex. Genau, zu dem Suchtporno. Das wollen wir jetzt wissen, du hast neue psychologische Studien, hast du entdeckt. Weil er kriegt Gänsehaut, mich hat das echt schockiert, das Ganze. Das muss auch mal raus. Jetzt fragen wir uns natürlich nicht gegenseitig viel, viel Pornos, wir am Tag gucken, die vier Minuten. Nein. Warte mal, darf ich mal deinen Computer haben? Ich würde da gerne mal den Verlauf sehen. Du glaubst auch nicht, dass ich meinen Verlauf finde ich lösche. Ja, da kann man doch schnell dazugreifen, glaube ich. Also da würdest du weniger, ich habe VPNs alles laufen. Also, nein, jetzt mal Scherz beiseite. Es haben Wissenschaftler, das ist ja immer schön, Wissenschaftler haben herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Also Wissenschaftler aus Dänemark, Belgien und Großbritannien haben festgestellt, dass je mehr Pornos man guckt, was passiert dann? Hast du eine Idee? Nee. Je mehr Pornos man guckt, stumpft ab. Wahrscheinlich. Jetzt passiert folgendes, desto mehr Erektile Dysfunktionen treten auf. Was ist das denn? Wenn der Kölner Dom schlapp dann niederhängt. Na ja gut, dann musst du ihn wieder aufbauen. Genau. So. Man wird immer unzufriedener mit dem Sex. Nur 65% finden Sex mit Partnern oder Partner stimulierender als Pornos. Also das nimmt unheimlich zu. Und Männer schauen wohl im Durchschnitt 70 Minuten Pornos in der Woche. Das heißt, 5 bis 15 Minuten täglich. 70 Minuten? Ja. Das ist aber schon eine Hausnummer. Ja. Und 20% haben bereits ein Suchtverhalten entwickelt. Und jetzt kommt das Erschreckende, was mich wirklich, das ist das, was mich erschreckt hat, war, dass die Pornos es nicht reicht. Das ist wie bei Heroin oder sonst was. Das ist ja, das wird immer das Glückszentrum stimuliert und die müssen halt immer extremer werden. Dass viele gar nicht abgleiten in heftige Pornos oder sonst was, die auch teils verboten oder sonst was sind, weil sie so veranlagt sind, sondern weil der Kick nicht mehr da ist. Die brauchen also immer einen höheren Kick. Und auch wenn sie jetzt quasi keine Potenzprobleme in dem Sinne haben, wie das Fiakra nötig ist, haben sie aber keine stimulierenden Elemente mehr in der Partnerschaft. Das heißt, sie können halt nur noch über Pornos eine Zufriedenheit in der Partnerschaft erlangen. Die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich auch dann in der Partnerschaft dann extremer oder auch anders vielleicht. Und das wird wahrscheinlich, wird das nur von Männern gesagt oder von Frauen auch? Von Männern. Nur von Männern. Aber man hat nicht geprüft, wie viele Frauen eventuell, dass sich auch auf der anderen Seite gucken. Gut, wäre vielleicht nochmal interessant gewesen, ob eine ähnliche Studie bei Frauen auch so wäre oder ob das gleiche Effekt oder sowas ist. Ich finde den Hinweis total klasse. Das wäre wichtig gewesen. Ja, genau, um zumindest auch da mal eine Stimme zu hören und natürlich von den Erfahrungen der Männer auch mal zu beraten, ist das wirklich so, wie ist die Beziehung dann letztendlich? Geht die in die Brüche oder ist das ein ausschlaggebender Faktor, dass man mit seinem Partner nicht mehr zusammenkommt oder nicht mehr, also viele beklagen sich ja, dass die Partnerschaften möglicherweise nicht mehr so sind, wie sie sich das vor Jahren gewünscht haben, wenn dann erst mal die Schmetterlinge weg sind. Aber das ist eben die Frage jetzt, ist das jetzt wirklich ein ganz gravierender Faktor in einer Beziehung oder spielen da ganz andere Faktoren eine größere Rolle oder und was läuft dann? Wie kriegt man das wieder geregelt? Genau, das war auch eine Frage, die ich mir selber gestellt habe und dann weitergelesen habe, also was hilft, wenn es nicht schon zu fortgeschritten ist, das dauert halt auch eine ganze Zeit, ist halt ausschalten, Finger weg und die eigene Fantasie wieder anregen. Das größte Sexualorgan, das fand ich so toll in dem Artikel, wie gesagt, das größte Sexualorgan ist zwischen den Ohren. Ja, aber das ist ja eben das Problem, wenn die nicht, auch da müssen ja erstmal, oder vielleicht weiß ich, ob das mal vorhanden ist oder nicht vorhanden ist und so weiter, sowas muss sich ja natürlich auch dann wieder erst wieder entwickeln, wenn man da gar nicht zu in der Lage ist. Was Sie auch gesagt haben, das fand ich auch halt so erschreckend, ist, dass das halt schon sehr früh auftritt, also dass auch ganze Studien es dazu gibt, bei Leuten zwischen 20, bei Männern zwischen 20 und 25 Jahren, dass die halt Potenzprobleme oder überhaupt nicht mehr zur Sexualität mit Partnerinnen, Partnern, wie auch immer in der Lage sind. Mich würde auch mal interessieren, gibt es bestimmte Menschen, also es wird ja gesagt, im Schnitt der Mann, also davon gehe ich ja aus, dass alle Männer zwischen 20 und 30 oder 40, wird das unterschieden, sind es alle Männer zwischen 20 und 60 oder 80, kann ja auch sein, lässt das hinterher nach, also das sind ja alles Fragen, die ja noch interessant sind, wenn das nur von einer Gruppe von 20 bis 30 40-Jährigen. Nee, das trägt sich durch, nur halt haben sie das nochmal rausgestellt, wie heftig das ist, man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass man sagt, wie du sagtest mit deinen Schmetterlingen oder so, oder dass man anderweitig ist. Ja, gerade bei jungen Menschen, der geht doch eigentlich im Grunde genommen, da ist doch noch, sollte die Fantasie doch noch ausreichen und da ist ja vielleicht auch noch die Bereitschaft der Partnerin auch möglicherweise. Der Krebs, dieser Witze erzählt, er sagt ja da auch schon, ich wurde ja schon geil, wenn ich einen Damenfahrer hat und was sah. Nein, aber das ist jetzt ziemlich platt, ne, aber was ich damit meine ist halt, es kann ja auch sein, dass man im Alter oder sonst was einen anderen Stimulus vielleicht holen würde, statt Viagra oder sowas, ne, aber nein, es geht nicht darum, sondern es geht wirklich, dass das ein hohes Abstumpfungspotenzial ist. Also muss man nicht immer gleich zu irgendwelchen Mitteln greifen, sondern man sollte einfach mal überlegen, ob man den Finger weglässt von der Internet-Taste und sich vielleicht dann doch eher was anderes anschaut, was weniger schlüpfrig ist. Wie schön hast du das ausgedrückt, schlüpfrig, das ist so ein tolles Wort, ne? Ich finde, es hört sich nicht so hart an wie Porno. Ich finde, Porno ist so ein harter Begriff, ist das. Hat so was Abwertendes oder sonst was und ich, weißt du, das ist auch wieder so eine Sache, wir hatten ja mal so einen Beitrag da gehört, da wurde auch mal eine junge Dame in einem Podcast interviewt, die sich selber prostituiert hat und das mit einer unglaublichen Freude machte. Das kann nicht sein, das geht gar nicht, das ist ja einfach alles Zwang und so weiter. Und Nelly hat das als sehr positiv empfunden und das war ihr ausdrücklicher Wunsch und sie wollte das bis dahin, dahin machen. Also die hat das wirklich sehr vernünftig und sehr rational erzählt, war auch schon ein bisschen länger im Geschäft und die kannte das alles sehr gut und sie wusste, wo ihre Grenzen waren, das hatte sie ja alles. Da habe ich nur gedacht, okay, wir sind manchmal mit unserer Meinung ganz schnell dabei. Wir sehen immer nur die schlechte Seite, die ganz schlechte Seite und die ist auch da. Also zweifelsohne, die ist da und ich möchte, ich würde wirklich, auf der einen Seite müsste man jetzt ähnlich wie bei dem Begriff, was wir gerade darüber diskutiert haben, man sollte es eigentlich verbieten, so etwas, wenn man es genau nimmt, aber es gehört eben zur Gesellschaft dazu. Aber der Begriff Porno, finde ich, ist ein sehr harter Begriff. Es gibt wohl mittlerweile, das habe ich auch mal, das war, ob das ein Spiegel war, ich meine, oder ja, ich meine Fokus, einer von den beiden, habe ich es gelesen, es gibt eine deutsche Regisseurin, die sich darauf spezialisiert hat, wohl aus Köln, und also da sind, das sind alles Freiwillige, die dort kommen und es geht nicht nur um das, ja, freiwillig ist klar, aber es sind Menschen aus der Gesellschaft, das sind keine Profis, die einen Pornofilm machen, das sind keine Profis. Einen schlüpfrigen Film. Bitte? Einen schlüpfrigen Film. Genau, richtig. Und die lernen sich kennen vorher und besprechen das, die 10, also auch wunderbar durch und es ist ausgerichtet, dass also auch für beide etwas dabei ist. Es ist eigentlich nicht die Sichtweise des Mannes, hier wird sehr darauf geachtet, dass die Sichtweise der Frau, deswegen fragte ich nach, ob Frauen auch dabei berücksichtigt worden sind und ob die das auch konsumieren. Und das war, und da waren, man hat hinterher in einem, man konnte, man hat das dann am Ende, also man konnte dann also irgendwie am Ende des ganzen Interviews beziehungsweise Berichtes, wo kamen auch die Schauspieler, kamen auch zu Wort. Und das fand ich sehr interessant, welche Erfahrungen die gemacht haben, warum die das gemacht haben. Die eine soll wohl sogar mit ihrer Mutter zum Kinodebüt gegangen sein. Fand ich also sehr erschreckend, aber das fand ich schon ein bisschen strange, aber ja, man kommt, ich weiß nicht, vielleicht kam es aus einer Schauspielerfamilie, vielleicht war das irgendwie anders dort. Aber ich will nur damit sagen, es gibt sehr viel Schund wahrscheinlich da in dem Bereich, aber möglicherweise tut sich da vielleicht auch was auf dem Gebiet. Ich fand, das was du erzählt hast, es gibt Regisseurinnen, die Frauen Pornos, also in erster Linie für beide, die Pornos drehen, aber eher aus dem Blickwinkel der Frau. Und das, was ich feststelle, ist, dass halt extrem viele Schülerinnen und Schüler, beiden Geschlechts, wirklich extrem viele Pornos konsumieren. Okay. So, und das ist wirklich auch, wir sind auch angehalten, da bladle ich nicht aus dem Nähkästchen, wenn wir sowas mitbekommen, sowas auch weiterzugeben. Also, und, aber das, was ich jetzt mittlerweile immer mehr, also ich lerne von Tag zu Tag, ich habe heute wieder Sprachenschülerinnen von Sugar Daddy. Da dachte ich, was denn Sugar, also wirklich, da habe ich ganz naiv gefragt. Und Sugar Daddy ist ein älterer Mann, der entweder was ausgibt oder sonst was gegen Sex von Jungfrauen. Ja, hätte ich jetzt auch so vermutet, das sagt ja schon der Begriff Daddy. Das war für mich, Zucker Papa. Der Zucker Papa, genau. Und, aber auch wie, da Rollenklischees und wie Sexualität bei diesen jugendlichen Kindern und Jugendlichen angebahnt wird, wo sie wirklich noch keine Erfahrung oder wenig Erfahrung haben, aber schon so, so, so Blaupausen vorgegeben haben, wie es sein müsste und dann selber teilweise, wenn sie darüber erzählen, dann, wenn sie, weiß ich, 16, 17 sind oder, also so auch schon mal über irgendwas erzählen, wie erschrocken wir darüber sind, dass das so anders ist, wenn man miteinander ist. So, und dass das gar nichts damit zu tun hat, aber die haben, die Realität ist der Porno und daran, damit gehen die dann auf Partnerschaften zu. Das ist ja eine ganz schreckliche Vorstellung, ist das ja. Ja. Das kann ja nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Das ist halt keine Wertevorstellung, die da. Genau. Aber wir wissen, wie man es machen kann, wie man es anders machen kann und, wie gesagt, Finger weg, Jakob. Ja, Finger weg. Schalt jetzt mal aus hier. Ja, Finger nicht weg, aber kein Porno gucken dabei. Ja, genau. Oder wir sagen ganz einfach, Internet sperren. Zack, und schon ist es fertig. Das ist alles, ja, ist ja letztens passiert, hat ja, Vodafone hat ja mal eben ganz kurz unter Internet gekappt für zwei Tage. Nee, echt? Ja, zwei Tage lang. War nichts mehr zu machen. Ja, da merkst du auf einmal, dass du nervös wirst, weil du hast ja ein ganz anderes Fernsehverhalten mittlerweile. Die meisten Sendungen schaut man, also bei mir ist es so, die Nachrichten, das ist so, dass abends irgendwann um Viertel vor zehn oder um halb elf, das ist so, da wird der Fernseher mal angemacht, da guckst du jetzt erstmal Nachrichten. Vorher hast du andere Dinge gemacht, gelesen und so weiter. Und das geguckt. Und das geguckt, genau. Und jetzt will man natürlich erstmal ein bisschen wieder auf dem Laufenden gehalten werden, was da abends so passiert. Und dann willst du halt eine Serie gucken, aber dann guckst du aber, ja, Satellitenschüssel, da ist nix. Die laufen entweder alle, private finde ich, also die private finde ich schrecklich. Und alles andere, da hast du dann drei, vier Sender zur Auswahl oder fünf genau genommen, von den öffentlichen, rechtlichen mehr, aber die wiederholen sich ja dann auch gegenseitig. Und da ist dann nix. Was machst du also? Du streamst. Und wenn man sich mal das, wenn man genau mal drauf schaut, also wenn ich jetzt hier einen Wochenbericht kriegen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, also 70 Prozent meiner Filme, mal von den Nachrichten abgesehen, sind gestreamt. Ja, und dann geht das los. Ey, immer wenn wir einen Film gucken wollen, ist ja das Argument sofort, dann funktioniert das mal wieder nicht. Ja, dann hast du das System und nur sie müssen ihre Internetverbindung prüfen. Das passiert ja schon ab und zu mal, eigentlich gar nicht immer so häufig, aber dann kommt das Argument natürlich schnell hoch. Boah, immer wenn wir gucken wollen, dann passiert so was. Aber wenn es dann zwei Tage lang nicht geht, dann wird man nervös. Dann denkt man, ey, was ist denn jetzt hier passiert? Aber da merkt man dann, wie abhängig, wie schnell man von diesen Dingen abhängig wird. Ja, wobei ich finde auch dadurch, auf der anderen Seite auch wieder eine große Freiheit gefunden zu haben oder gewonnen zu haben, weil ich bin nicht mehr auf das lineare Fernsehen angewiesen. Ich muss mich nicht nach dem Fernsehen richten, wie ich leben möchte. Das ist total schön. Und halt, ich gucke kein Fernsehen mehr. Also ich habe einen Fernseher, aber der ist wirklich nur noch, ich habe ausgewählte Sendungen, die ich gucke. Ich gucke überwiegend Dinge, wo ich was lerne, wo ich eine Fragestellung habe und suche Informationen bei YouTube oder sonst was, wo ich mir, oder auch Internetzeiten, wo ich was lernen möchte, was sehen möchte. Das, also Lernen hört sich jetzt so hoch an, sind wir beim Thema Drohne gleich. So war es halt. Oder wie ich Color Grading mache bei Filmen oder wie auch immer. Oder hier mit dem Fotografieren. Ich habe das Ganze, was ich jetzt an Know-how vom Fotografieren habe, habe ich mir über YouTube angeeignet. so. Aber ich brauche die anderen Sachen nicht mehr. Und jetzt sind wir im Fitnessstudio und obwohl wir, ich habe einen Knöpfe im Ohr, höre dann Podcasts oder sonst was, wenn ich auf dem Stepper stehe oder so, wenn ich die ganzen Vorabendserien sehe, denke ich, ey, da hast du auch mal geguckt. Was ist das für ein Scheiß, der da im Fernsehen läuft, das ist ja nicht auszuhalten. Ja, das ist, das ist Berieselung ist das. Das ist einfach Berieselung. Das ist, was für dich Entspannung ist, eine Dokumentation zu sehen, ist für die meisten am Abend irgendwo so ein, das Gehirn auf einer Wellenlänge zu bringen, das weder denkt, noch richtig sieht oder so hört, sondern das ist einfach nur, ja, es läuft etwas da vorne. Ja. Und ich merke das häufig dann, ich schlafe auch häufig davor ein, aber wenn, dass ich hinterher denke, ich habe den Krimi nicht verstanden. Da frage ich immer, wer war denn jetzt der Mörder? Hast du das verstanden? Man sagt, du hast wieder nicht zugeguckt. Ja, das rauscht an mir vorbei, das ist eigentlich nur so ein digitales Rauschen. Ja, genau, so ein digitales Rauschen, was da manchmal einfach da ins Gehirn eindringt, um die Synapsen ein wenig zu reduzieren oder nicht zu reduzieren, zu beruhigen. So, aber jetzt, bevor wir jetzt wirklich den ganzen Abend hier noch reden, müssen wir jetzt nochmal, du hast gerade nämlich schon den Übergang nämlich dazu gehabt. Zum letzten Thema. Zum letzten Thema nämlich, wo wir nämlich über das Lernen nämlich kommen. Wir haben, wir lernen ein wenig über das Drohnenfliegen, was uns beide sehr viel Spaß macht. Wir beide haben eine DJI, DJI, Du hast die Mavic Air 2 und du hast die Mini. Ich habe die Mini, genau. Genau, richtig. Und ja, ich hatte schon ein bisschen Vorlauf gehabt in den Möglichkeiten, was macht man damit. Musst du mir hinterher dann von dir dann zeigen lassen, weil du mehr YouTube guckst als ich. Musst du mir dann hinterher zeigen lassen, wie man das richtig einstellt. Das fand ich ja schon mal klasse, aber daran sieht man den Unterschied. Du bist ein bildender Mensch und ein gebildeter Mensch. Oh, Wahnsinn, danke. Und ich bin ein Satellitenmensch, der da abends im Fernsehen reinguckt. Und dann konnte ich das nicht wissen, aber du hast es mir dann gezeigt. Aber wir beide hatten ein Problem. Schiller du da jetzt erstmal. Okay. Ja, das ist auch, also, man kann die Mavic Mini kaufen bei Amazon. Da war sie im Angebot für 355. Die hat mal knapp 400 oder über 400 gekostet. So, 355. Toppreis, ungeschlagen. Dann gibt es dazu, eine Karte, eine Versicherungskarte. Also, das ist jetzt nicht die übliche Versicherung, die man auch abschließen muss, dass, wenn was passiert, dass, dass man, dass Haftschäden halt übernommen werden und so weiter. Nee, die Karte dieser Versicherung ist halt, dass man zweimal diese Drohne ausgetauscht bekommt, auch bei eigenem Verschulden, wenn man die halt ins Wasser fliegt oder gegen einen Baum knallt oder sonst was, kann man diese Drohne zweimal austauschen gegen eine geringe Gebühr. Dann dachte ich, hm, die hat keine Obstacle Avoidance, das heißt, keine, keine Sensoren wie deine, die dann wirklich nicht gegen irgendwas fliegt, sondern stoppt, sondern ich, deswegen ist sie auch viel, viel günstiger. Ich muss halt super aufpassen, dass ich die nicht irgendwie crashe. So, dann dachte ich, als Anfänger ist es vielleicht nicht doof, diese Versicherung kostet 37 Euro. Also, ich überweise den Betrag an Amazon, läuft auch alles super, ich kriege die Drohne zugeschickt, die Versicherungskarte nicht. Die war, du konntest das als Combo-Paket kaufen, also Combo, nicht im großen Paket mit ganz vielen anderen Dingen noch dazu, sondern als Combo-Paket Drohne plus Versicherung. Hätte 420 gekostet. Warum auch immer. So habe ich also die Drohne 355, 37 Euro, die Versicherungskarte und bin davon ausgegangen, wenn ich dann die Drohne kaufe und auch gleichzeitig die Versicherungskarte, dann war mein Ansinnen, dann ist die Drohne versichert, wenn ich die fliegen möchte. So, weil, wozu brauche ich sonst eine Versicherungskarte? Die Drohne kommt montags, äh, samstags. Montags kam die Versicherungskarte, am Samstag war Besuch da, ähm, der Bruder meiner Freundin mit Familie und so, die wollten natürlich die Drohne sehen, ich wollte auch rausprobieren. Dann habe ich die aktiviert. Und dann stand da, ich sollte die Versicherungsnummer eingeben. Dann sag ich, ich kann sie auch später noch eingeben, ne? So, das war, ich hatte schon ein ungutes Gefühl. Also war die nicht von Anfang an versichert, wie ich das angenommen habe, sondern ich hätte da eine Versicherungsnummer. Aber nochmal, man kann die auch später eingeben. So, ich bekomme montags die Karte und dann habe ich dann sonntagsabends noch gelesen, ach du Scheiße, die musste also innerhalb von 48 Stunden aktiviert werden. Den Schuh kann ich mir jetzt anziehen. Trotzdem, ich bin wirklich davon ausgegangen, die Karte kommt und die Drohne ist versichert. Normalerweise kommt Amazon immer so pünktlich, dass sie morgens kommen. Ferien, ich hätte die annehmen können. Die kamen mittags und eine Stunde nach dem Ablauf der Zeit. Ich gebe also das Ganze ein und es wird nicht akzeptiert. Ich wäre außerhalb der Zeit gewesen. Tada! So, dann habe ich Amazon angerufen und jetzt muss ich mal wirklich eine Lanze für Amazon brechen. Hammermäßig freundlich, super orientiert. Die wussten, die haben ein Riesenangebot, die wussten ganz genau Bescheid, wo der Hase läuft und ich, also ich hatte nicht das Gefühl, dass das Amazon, dass die das mit Absicht machen, sondern dann ist der, meinte er, aber an einer Stelle bin ich mir nicht sicher, dann muss ich meinen Chef fragen und der ruft nochmal an und so. Dann sagt er, Herr Pollen, wir gehen davon aus, dass Sie die noch aktivieren können. Sie müssen bei DJI die und die Fragen stellen und dann haben, das ist ein bisschen aufwendiger, aber das schaffen Sie, machen Sie das bitte mit DJI. Die haben aber bei uns die Gewährleistung sowieso innerhalb von zwei Wochen die Zurück zu geben und mit meinem Chef, das kriegen Sie gleich zugeschickt, geht auch länger als diese zwei Wochen. Okay. Ich habe DJI angerufen und dann war ich schon nicht so hyperfreundlich, so ein bisschen abgekanzelt und so weiter und habe mich für ja, doof verkauft. Die waren angenervt. Sag mal, belassen wir es da mal bei. Die waren angenervt, weil ich hatte denen den Fall geschildert und dann sagte er, ja, das ist ganz einfach, da müssen Sie halt in den Support gehen und das auf der Seite. Und dann hatte ich mein Handy in der Hand und ich kam nicht auf die Support-Seite. Und dann habe ich ihm das dreimal gesagt, dann meinte er, ja, natürlich müssen Sie auf die Support-Seite gehen. Und dann habe ich irgendwann geschaltet und der glaubte mir nicht, dass mein Handy nicht auf die Support-Seite geht. Bis dann irgendwann habe ich gedacht, weißt du was, dann hatte ich die Idee, ich gehe jetzt mal im Internet, also auf einem normalen Rechner ins Netz, weil das scheint, dass er mich an eine mobile Seite verweist. Du kamst also gar nicht, was er da mir versuchte zu erklären, kam ich gar nicht auf die Seite drauf. So, dann erklärte er mir halt, ich müsste, das muss ich ganz kurz schildern, das ist ein bisschen doof, aber ich muss das schildern. Ich musste mein Handy so einstellen, dass ich einen Bildschirmfilm von meinem Handy mache. Der darf nicht unterbrochen werden, der Film. Ich musste also den Gimbal kalibrieren, ich musste ein Update machen, ich musste ein Upgrade von meiner Steuerung machen, ich musste die Drohne auf den Boden setzen, ich musste sie nach da und da ausrichten, ich musste sie so und so hoch fliegen, dann musste sie in der Luft stehen bleiben, dann musste ich dann wieder die Seriennummer auf dem Bildschirm einblenden, dann musste ich den Gimbal in einer Neigung von, dann musste ich die Seriennummer anzeigen der Drohne. Da habe ich gedacht, so, ich bin jetzt technisch versiert. Wer ist alleine schon in der Lage von einem normalen Consumer hinzugehen und all diese Schritte durchzuführen und am Schluss musste dieser Film auf YouTube hochgeladen werden mit einem Link, den man dann in dieser Seite einfügt, wo dann die ganzen Erklärungen waren und dann dachte ich so, dann bekomme ich jetzt in den nächsten Tagen Bescheid, ich habe jetzt alles gemacht, dann kann ich die Seriennummer eingeben und Feierabend ist. Ich wachte, ich kriege keine Mail, ich kriege keine Mail, ich kriege keine Mail und ich war so clever und hatte aber schon diese Seite gebookmarked. Das heißt, ich bin dann irgendwann wieder auf diese Seite gegangen, die aber an sich, wenn ich die geschlossen hätte, weiß ich gar nicht mehr, ob ich da drauf gekommen wäre, weil es ja ein abgeschlossener Prozess ist. Ich hatte auch den Rechner laufen lassen, sodass diese Seite auch nicht im Off untergeht und irgendwann dachte ich, nach drei Tagen, vielleicht auch vier Tagen, ich muss mal langsam auf der Seite nachgucken, weil ich meine, irgendwas gelesen hatten von Mail, aber die hatten sich nicht gemeldet. So, und dann stand dann auch genau da, der Verifizierungsprozess wäre nicht ordentlich verlaufen. Und dann stand da ein Hilftext, was schiefgegangen sein kann. So. Es konnte sein, was nicht stimmte, weil ich mehrfach kontrolliert habe, die Seriennummer kann falsch sein. Ich hätte eventuell die falsche Kalibrierung genommen. Ich könnte den Gimmelfalt eingestellt. Man hätte die Seriennummer auf dem Display nicht lesen können, dass der Film hätte unterbrochen werden können, dass sie nicht hätten auf YouTube zugreifen können, dass es ein privater oder ein Link und kein öffentlicher Link war. Da stand eine Litanei. an Fehlermeldungen drunter, was hätte sein können, aber die haben das doch überprüft. Warum schreiben die nicht hin, was nicht funktioniert hat? Ey, da war ich sauer. Da war ich richtig, richtig sauer. Also ich kann, ja. Ganz kurz. Dann habe ich die Drohne zurückgeschickt. Und dann passiert, und jetzt kommt das Zweite, das muss ich mir auch, das muss ich mir echt ankreiden. Jetzt hatten, habe ich aber in der Zwischenzeit die neue Drohne schon von Amazon bestellt, bezahlt, ne, und die andere zurück, dann ist die überprüft worden. Und jetzt hatte ich die zwei Karten von der Versicherungsnummer nebeneinander liegen. Ich war mir selber, die war mir dann runtergefallen. So, und jetzt wusste ich nicht mehr, doch zu 99,9% war ich mir sicher, welche Seriennummer ich eingegeben und welche jetzt bei der neuen geklappt hat. Das war völlig, ne. Ich hatte aber jetzt mittlerweile die von 420 bestellt. So, dann gucke ich die an und dachte, ja, ich weiß, 99,9% das hier Seriennummer, weil eine kriegt sich ja von Amazon rückerstattet. Also, müsste ich ja ziemlich sicher sein, dass sie ist, dachte ich, um so die eigene Sicherheit zu haben. Also beide waren runtergefallen am Boden, ich wusste, ne. So, dann habe ich bei DJI angerufen und habe dann gefragt, sie können ja bitte mal kurz kontrollieren, mit welcher Seriennummer ich die Versicherungsnummer, die dann, ne, oder Passwort angegeben, die Seriennummer angegeben ist. Nein, das können wir nicht. Wie, wie verifizieren sie überhaupt, dass ich im Besitz dieser Versicherung bin und auch gleichzeitig, wenn ich ihnen die Drohne kaputt zuschicke und ich kriege eine neue, woran machen sie das denn fest? Ja, das ist ja in der, das ist ja dann in der App drin. Aber sie müssen uns doch überprüfen, die müssen mir doch in der Lage sein, die Nummer zu nennen. Mhm. Ne, wäre nicht so. Da könnten sie mir jetzt auch nicht helfen, schönen Tag noch. Das war's. Das gibt's ja gar nicht. Ja, aber genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Fast identisch. Also ich habe ja die größere, habe also auch einen Versicherungsvertrag, also eine Versicherungskarte beantragt. Die kostet aber 89 Euro, weil die ja auch etwas teurer ist. Ja. Und die habe ich auch bekommen und da stand nichts davon, dass sie innerhalb von 48 Stunden aktiviert werden muss. Ja. Da stand da gar nichts drin, da stand eigentlich gar nichts dabei. Ich hatte nur ein Kärtchen, dann sollte ich auf die, auf die Nummer, auf die, auf die Seite gehen, die Kartennummer eingeben und dann gehst du in den tieferen Prozess rein. Was passierte? Er sagte mir sofort, Sie haben diese Karte schon längst aktiviert. Habe ich aber nicht. Ich habe die zum ersten Mal aktiviert. Ja. Also diese Karte ist ungültig, sie wurde schon vor längerer Zeit aktiviert. Dann habe ich den Support auch angerufen, gleiche Erfahrung, unfreundlich, unverständlich, wenig empathisch und mit der Voraussetzung, dass ich technisch so perfekt bin, dass ich das alles so nachvollziehen kann. Jetzt kenne ich mich aber mit solchen Menschen ganz gut aus und weiß sie also auch im Grunde genommen letztendlich so zu steuern und zu lenken auch, dass sie irgendwann freundlich werden und dann auch das tun, was ich gerne möchte. Das hat er dann auch irgendwann verstanden und hat er auch gemacht. Und er sagte dann, ja okay, dann muss irgendwo was passiert sein. Das werden wir mal überprüfen. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Ja. Genau wie du auch. Nach drei, vier Tagen kam nichts. Ich habe den nochmal geschrieben. Was ist denn jetzt? Ich habe den ja, also ich habe den wirklich, ellenlang musste ich das ja schreiben. Ich musste mit allem drum und dran. Denn, wie gesagt, die Aktivierung erfolgte schon, bevor ich die Karte überhaupt gekauft habe. Einen Monat vorher, bevor ich überhaupt, ich habe, das ist ein Geburtstagsgeschenk, die Drohne. also vor meinem Geburtstag ist das Ganze schon passiert und die Karte habe ich aber ungefähr zwei Wochen nach meinem Geburtstag gekauft und die Karte selber ist aber weit vor meinem Geburtstag schon aktiviert worden. Das heißt also, die zwölf Monate wären wir kürz gewesen auf zehn Monate, wenn sie überhaupt für dieses Gerät aktiviert wurden, denn das konnte ich nicht erkennen. Naja, und dann ging das hin und her. Und was heißt eben nicht hin und her, es ist eine einseitige Geschichte. Ich habe dann mehrfach angefragt nochmal, passierte gar nichts. Und dann habe ich auch die gute Erfahrung mit Amazon gemacht, muss ich sagen, ich habe denen das erklärt. Die haben dann sofort gesagt, okay, wir ziehen das zurück, sie kriegen die Erstattung, schicken sie die Karte zurück. Als ich die Karte zurückgeschickt habe und auch meine Erstattung von Amazon hatte, dann kam die Antwort, erst dann kam die Antwort, ich sollte und das Ganze auf Englisch und das auf, also nicht in dem einfachen Englisch, sondern wirklich auf Englisch, da musst du schon ein bisschen technische Erfahrung haben. Und da kriegte ich das, was du bekommen hast, was ich alles zum Beispiel machen muss, bekam ich auf Englisch. Und dann könnte ich dann eventuell das Ganze nochmal wieder irgendwann aktivieren. Und dann habe ich gesagt, nö, mache ich nicht, war in Ordnung jetzt, ich habe mein Geld wieder zurückgekriegt. Aber das ist, also da wird der Kunde ganz schlecht behandelt. Und das ist nicht ausgereift mit der Karte, überhaupt nicht. Und der Support ist grottenschlecht. Ja. Wirklich, grottenschlecht. Und darüber habe ich mich sehr geärgert. Gut, und jetzt achte ich einfach darauf, dass der Drohne nichts passiert. Ich übe einfach. Ja, aber du hast jetzt wirklich Sensoren überall. Ja, klar. Wenn ich jetzt mit 355 Euro fliege, was ja auch trotzdem allem, auch wenn deine Wiese nicht teuer ist, ist es trotzdem kein Pappenstiel, wenn du da irgendwie geknallst. Ja, das ist, weißt du, wenn dir da so ein vierstelliger Betrag oder sowas dann auf einmal abschmiert. Ich hatte Aufnahmen gehabt, da habe ich die Drohne gar nicht mehr gesehen. Die habe ich nur noch auf meinem Display unten gehabt, in welche Richtung die flog. Bin einfach ein bisschen forsch geworden. Wollte da hinten nochmal gucken, aber da habe ich sie nicht mehr gesehen. Aber ich weiß nicht, ob da, Doch, du hast die noch gesehen. Ja, unten auf dem Bildschirm, natürlich. Da habe ich sie noch gesehen. Und das, ja, aber da weißt du nicht, also die hat keine Sensoren, glaube ich, wenn du zur Seite fliegst. Vorne, wenn du vorne und zurück, ja, aber wenn du zur Seite fliegst, dann nicht. Dann kannst du es nicht erkennen. Da musst du dafür wieder drehen, aber dann hast du den Gimbal wieder nicht so, also das ist dann ein bisschen kompliziert. Und, ja, also von daher, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht und ich kann es gar nicht. Wusste ich gar nicht. Also als ich das erzählte, dass ich darüber sprechen wollte, hast du dich direkt eingehakt. Ich wusste gar nicht, dass ich die gleiche Erfahrung gemacht habe. Genau, die gleiche Erfahrung habe ich gemacht. Eben mit diesem neuen, mit dem Kärtchen. Was mir jetzt gerade auffällt, ich habe jetzt Bescheid bekommen, das dauert ja mal eine Zeit von Amazon, dass die die Drohne erstattet haben. Die haben ja die Karte nicht erstattet, dann muss ich morgen noch anrufen. Ja, das sollten sie auf alle Fälle machen mit der Karte. Immerhin. 39 Euro. Ja, plus das. Und den Ärger noch dazu. Und ich habe ja jetzt die nächste Hörer genommen, dass mir das nicht passiert. Stell dir vor, ich hätte schon wieder ein Leck gehabt zwischen den zwei. Richtig, genau. Aber wie kann eine Karte aktiviert sein, die du neu kaufst? Das wollten die dann herausfinden. Aber das haben sie mir nicht erklärt. Sie haben mir nur gesagt, wie ich den Prozess wieder in Gang bringen kann. Und der war sehr, sehr aufwendig. Und das, wie gesagt, komplett auf Englisch. Und das muss sowas gewesen, also in Teilen hörte sich das so an, was du gesagt hast, was ich da alles machen muss, um diesen Aktivierungsprozess wieder zu. Wenn du drüber bist, musst du genau das machen. Dann muss ich das wieder machen. Aber das war ja schon vor dem Kauf. Also wie gesagt, die ist ja schon vor, die ist ja aktiv. Deine ist ja gar nicht erst aktiviert worden. Meine war schon aktiviert. Und zwar schon weit vor dem Kauf. Und das geht natürlich nicht. Und was ich festgestellt, oder wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, mit den Leuten, mit denen du im Internet kommunizierst, das sind mit absoluter Sicherheit, sind das Bots. Ja, ja, natürlich. Das ist, das kam mir irgendwann spanisch vor. Richtig. Also das Drohnenfliegen ist schön. Nicht vergessen, Kennzeichen hinten dran. Hast du ja auch. Nee. Hast du noch nicht? Brauche ich nicht. Ach, du brauchst, du hast ja die kleine, ich muss ein Kennzeichen. 249 Gramm. Genau. Mini-Kennzeichen, da kriege ich die kaum mit den Fingern drauf. Ich durfte auch vorher gar nicht anmelden. Ich durfte auch gar nicht starten vorher, ohne Kennzeichen. Also das, auch das musst du jetzt erstmal, das musst du erstmal beantragen. Du kannst ja nicht einfach loslegen. Du kriegst die Drohne. Und wenn du dann die Versicherung bekommst, du kannst aber gar nicht, eigentlich nicht starten. Denn die Drohne muss ja noch unversehrt sein. Das musst du ja nachweisen quasi, dass die unversehrt ist. Und von daher, das ist alles unausgegoren. Ich halte mich jetzt, also mit Podcasts und dem ganzen, ich baue mir meine Rechner, habe dann selber einen Hackentosh gebaut und ich halte mich für technisch sehr versiert. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Aber wenn ich, wenn ich, also das hört sich jetzt überheblich an, ist aber nicht so gemeint, aber wenn ich schon daran scheitere und nicht durchschaue, was der Fehlerprozess da sein soll, was sollte mein Vater da machen oder sonst wer der? Naja, und es geht ja auch erstmal das, auch selbst wenn du technisch versiert bist, finde ich es nicht richtig, dass ich erstmal einen Aufwand von mehreren Stunden betreiben muss, um das wieder hinzubekommen. Da erweite ich von einem Support, dass er dort etwas, ja. Da habe ich zwei, das habe ich nachgehalten, zwei oder drei, also es waren fast drei Stunden, die ich genau mit diesem ganzen Kram mich aufgehalten. Nur mit dem Film, nur mit dem Hochladen und dann frage ich noch, wer hat überhaupt einen YouTube-Account? Wer kann seine Sachen dann auf YouTube stellen? Das funktioniert gar nicht. Das geht gar nicht. Also das kannst du gar nicht machen. Das ist unrealistisch, was sie da machen. Also dieses ganze Produkt ist lächerlich. Da fragt man sich, ist das wirklich eine gewollte Hürde? Diese Vollkasko, vor allem, die sind einen kleinen Betrag, wenn du den austauscht. Du bist mit einer kleinen Selbstbeteiligung, aber du hast, du weißt nicht wie viel, mit einem, das ist klein, groß ist klein. Ja, genau. Das wird überhaupt nirgendwo beschrieben, sondern nur einen kleinen Betrag. Und das ist schon ganz mies. Also entweder sagen sie mit 10 Prozent, 15, 20 Prozent oder mit 50 oder 100 Euro, aber mit einem kleinen Betrag, das geht gar nicht. Du kannst keine Versicherung schreiben mit einem kleinen Betrag. Das ist nicht rechtlich richtig. Und dann ist auch mal noch die Frage, was musst du erfüllen oder nicht erfüllen? Als Beispiel war halt jemand, der hat, was ich auch überlegt habe, da gibt es so Schwimmteile, so Rollen, die man von unten anklipsen kann, vom Dritthersteller, dann kannst du auf dem Wasser landen. Das fand ich ganz spannend. Das ist toll, ne? Ja, und jetzt hat er aber zu viel, also es ist wohl ganz, ganz fragil und diffizil, da wieder zu starten. Das heißt also, wenn du zu viel Gas gibst oder so, dass sie umkippen kann oder so. Okay. Wasserschäden sind drin, aber nicht, wenn du die Teile montiert hast von Drittanbietern. Da musst du also auch schon wieder ganz genau wissen, eigentlich klar, aber trotz alledem. Weißt du, wenn du eine einfache Haftpflicht abschließt, dann kriegst du für 59 Euro kriegst du mittlerweile oder für 60 Euro kriegst du eine Privathaftpflichtversicherung. Dann kriegst du ein ungefähr 15-seitiges Paket, wo der Versicherungsschein und die Bedingungen dran sind. Das Kleingedruckte eben. Und das muss nach dem Versicherungswesen, muss das verständlich sein. Bedingungen dürfen nicht unverständlich sein. Klar und verständlich sein. Und du kriegst dabei nur einfach eine kleine Karte. Mehr nicht. Und es ist nicht drin, was versichert ist. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht stimmen. Naja. Und was ich mich noch, letzter Satz, was ich mich gefragt habe, ist, warum kriegst du einmal die Versicherungskarte losgelöst von der Drohne billiger und auf der anderen Seite das Gleiche mit der Karte bei der Drohne bei, die nur in dem Paket inne, also oben drauf liegt. Also die habe ich auch einzeln bekommen auf der Drohne liegend und das andere zeitversetzt. Warum passiert sowas? Da muss doch die GI schon ein Interesse dran haben, das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass du genauso impulsiv handelst wie ich, die aktivierst und dann denkst du auch, scheiße, da kriege ich nicht auf die Reihe, also. Genau. Ist jetzt eine fiese Unterstellung, aber das sind 37 Euro. Ich glaube kaum, dass das einer schafft. bei zehn Leuten ja es vielleicht machen, du hast es jetzt zurückgegeben. Das ist wie sechs Richtige im Lotto, irgendeine wird es mal schaffen und dann hat es dann. Ist schon eine Drohne, die umsonst repariert ist. Genau. Richtig. So ist das. Boah, heute haben wir aber so richtig die Vollen. Dabei wollten wir aufgrund der Temperaturen nicht ganz so lange podcasten. Ja, aber jetzt wird es ja angenehm. Sagst du. Wir sitzen hier bei dir. Ja, dann wollen wir mal sagen, viel Spaß beim Hören gehabt zu haben, denn wenn ihr das schon hört, dann habt ihr ja alles schon gehört. Wenn ihr das gehört, dann habt ihr alles schon gehört. Das ist so wie mit dem, die einen haben es nie gesehen und die anderen wollen nicht gesehen werden. Dann wollt ihr wieder gute, sind mal wieder, wie Reimer unter den Dichtern, oder? Kennt ihr das mit Tunis und Schell auf der Rheinbrücke? Ich stehe auf der Brücke und stecke den Finger in den Rhein. Ah, das 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 reimt sich aber gut. Kannst du auch reimen? Ja, stehe auf der Brücke des Rheins und stecke mir den Finger im Po. Was? Reimt sich nicht, aber dichtet gut. Dichtet vor allem. Dichtet. Dichtet. Okay. Okay. Und keine Bilder. Nein, nein, nein. So. Okay. Mit diesen Bildern entlassen wir euch. Und wünschen euch angenehmes Hören. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Weißt du, was ich vergessen? was wir sehen. Wie? Wir sehen uns auf